Und dann Moinsen zu dieser Podcast-Folge, die wahrscheinlich auch ein bisschen länger sein wird, mit drin der Sieg gegen Leipzig, der 5-2-Kanter-Sieg vom Samstag, natürlich ein bisschen generelle VfB-News, ein bisschen was Gemischtes, dazu Gerüchteküche, weil war ja Deadline-Day, ein bisschen Gerüchteküche, was so drumherum geschehen ist, so Randnotizen, sag ich mal. Und natürlich dann Offizielles, was passiert ist am Deadline-Day, Transferfenster ist jetzt zu für den Winter, Kader steht, Rest der Saison wird damit angegangen und dann natürlich noch der Ausblick auf das Spiel in Freiburg am Samstag, legen wir los mit Leipzig, da haben wir am Anfang natürlich direkt wieder die Eigenwerbung, sag ich mal, nämlich gerne, wer es noch nicht getan hat oder wer es noch ein zweites Mal tun möchte, den Stadion-Flog abchecken, Stadion-Audio-Flog, wieder einen am Start gehabt, der mir sehr, sehr netterweise die Tore auch geschickt hat, deswegen fand ich das ganze Ding auch wieder sehr rund geworden, das Spiel sowieso absolut geil gewesen, mit der Stimmung und so weiter, 5 Hütten gegen Leipzig, da kann man jetzt ja alles drauf zu sprechen. Erstes Thema ist natürlich auch, wie immer, gerade hier im Bild nochmal gesehen habe auf Twitter, was das für ein nicht gefüllter Auswärts-Blog war von Leipzig, brauchen wir nicht tiefer darauf einzugehen, aber bietet auch ein bisschen Überleitung, nämlich zu Aktionen, die passiert sind am Spiel. Erst natürlich auch die Aktionen, die jetzt nicht unbedingt was mit Leipzig zu tun hat, aber eben mit dem Investor und mit dem 12 Minuten Schweigen und so weiter, nach den 12 Minuten flogen Tennisbälle, teilweise auch bis zum Mittelkreis, kennt man, Klassiker-Tennisbälle oder letzte Woche, die Woche davor waren es dann halt Schokomünzen und so Geschichten, diesmal waren es Tennisbälle. Was ich nicht gesehen habe, von meinen Plätzen aus, aber danach Bilder gesehen habe, ist, dass halt einfach ein paar Ultras dann raus sind aus dem Block, einfach sich ein bisschen vor die Bande gestellt haben, sag ich mal, von da Tennisbälle geworfen haben, aber, ich weiß nicht, ob es nur einer war, aber auf dem Bild ist zumindest nur einer drauf, hat den Tennisschläger dabei, da hat er einfach einen Tennisschläger in der Hand. Da gibt es einige Fragen, die Tennisbälle, okay, kannst du irgendwie mit reinbringen, aber wie bringst denn du einen Tennisschläger mit ins Stadion? Also, auch wieder ein ganz witziges Ding, komplett wildes Bild, natürlich auch alle maskiert, kann man auch wieder ein bisschen anderer Meinung sein oder ein bisschen was anderes davon halten, was das soll, wenn man irgendwie maskiert ins Stadion geht und so Geschichten, aber meines Tages hat es einfach ein wirklich komplett witziges Bild produziert, wie da einer vor der Bande steht, vor der Kurve mit Tennisbällen in der Hand, Tennischläger in der Hand, einfach um diesen, ja, Protest durchzuführen, also komplett wildes Foto. Dann die Aktion, die mit Leipzig zu tun hat, nämlich das Kreuzworträtsel, habe ich auch schon im Fazit, wie immer schon viel gesagt, im Anschluss an den Stadionvlog quasi, im Video noch, auch da das halt so ein Banner war, früher mal, oder vor dem Jahr mal ein Banner war, diesmal ging das nicht, weil die ersten Reihen blockiert waren, sind seit trotzdem ein paar, wo ich auch tippen würde, auch ein paar Ultras halt hin entsandt worden in die Blöcke über dem Leipzig-Block, sind hin und haben Kreuzworträtsel Papiere runterfliegen lassen in den Auswärtsblock, auch da nochmal eben formuliert, wie, ja, den Hass und sowas, jemand gegen RB Leipzig hat, ein paar Fragen gestellt, am Ende des Tages kommt aus dem Kreuzworträtsel traditionslose Bastarde raus und das war auch genau das Gleiche, was ja auch auf dem Banner war. Ich meine, da war irgendwas in Richtung traditionsloser, eine Kurve traditionsloser Bastarde, irgendwie sowas in Richtung war es, glaube ich, letzte Saison, wo man noch ein quasi kleines Banner hingehangen hat, eben mit Pfeil nach unten auf die Leipzig-Fans, und jetzt hat man halt diesmal das auch wieder eingebracht, genau den Wortlaut, aber mit einem Kreuzworträtsel, und auch da muss man sagen, ey, sau kreativ, hat, glaube ich, online auch gut seine Runden gemacht, also auf jeden Fall eine sehr witzige Aktion, auch gelungene Aktion wahrscheinlich am Ende des Tages da, und einfach was Neues, du hättest ja auch wieder, vielleicht, ich, du hättest Geld runterwerfen können, so Fake-Geld oder was auch immer, aber einfach ein Kreuzworträtsel ist wild, weil, ich meine, dann haben es wahrscheinlich auch einige Leipzig-Fans sich natürlich auch angeschaut, was denn da draufsteht denn alles, und dann ist auch damit ein bisschen die Message eingekommen, und diese, glaube ich, auch inhaltlich dann eben mit den Kreuzworträtseln rüberbringen wollten Richtung Leipzig-Fans, oder Leipzig, RB Leipzig generell, zum Spiel 5-2, ich habe auch schon viel gesagt, Thema Downfall und bla bla bla, alles widerlegt worden, fand es auch da schön von Hoeneß, weil ich ja auch keiner war, der nach Gladbach, nach Bochum durchgedreht ist, es gab für beide Spiele seine Gründe, und in beiden Spielen hätte man Niederlagen abwenden können, vor allem eben in Bochum, und da hat jetzt Hoeneß auch gesagt, es vergessen vielleicht viele, es ist eine sehr junge Mannschaft, in der Mannschaft fehlen auch noch ein paar wichtige Spieler, deswegen bin ich heute sehr, sehr stolz auf diese Leistung, eine der Top-Mannschaften in Deutschland zu Hause geschlagen zu haben, und gehe deswegen froh nach Hause, auch das wichtig eben zur Einsortierung, generell waren alle sehr, sehr happy, logischerweise die Spieler, sehr wichtiges Spiel, sehr wichtiger Sieg, über 90 Minuten waren sie da, die Jungs, und das haben sie auch so nochmal rübergebracht, in den Stimmen zum Spiel danach, auch schön, und was auch zeigt, wie sauber es da läuft, wie gut es da läuft, in dem Kader, in der Mannschaft einfach, waren die Sprüche nach dem Spiel, rund um das Leveling-Tor, das erste Tor für ihn, endlich beim VfB, er hat auch gesagt, ja, habe ich sehr gefreut, und es war schon ein bisschen im Training ein Running-Gag, dass er der Chancen-Tot ist quasi, und auch was es gleich gesagt hat, dass er sich sehr, sehr gefreut hat, für Jamie, für Leveling, und ja, witzige Aktion, weil scheinbar auch die Dinger, ich glaube, Undaf hat das auch gesagt, dass er scheinbar die Dinger im Training halt immer reinhaut, aber im Spiel es halt nicht hinbekommt, deswegen für alle eine schöne Nummer, dass er jetzt endlich getroffen hat, Thema Undaf und Thema Leveling bleibt auch genau das Gleiche, weil da hast du auch gesehen, wenn Undaf jemanden hat, den er Bälle ablegen kann, für den er zuarbeiten kann im Sturm, jemanden hat in der Gerasie-Rolle, sag ich mal, ihm einfach der Stürmer zur Seite gestellt wird, läuft jetzt schon deutlich besser, funktioniert deutlich besser, hat man gesehen, gegen Leipzig war ja lieber Ding manchmal in dieser Stürmerposition drin, in Gladbach eben nicht, auch in Bochum eben nicht, deswegen da hat man auch schon einen deutlichen Unterschied gesehen, was auch sehr ordentlich war, habe ich auch im Fazit nach dem Vlog schon kurz angesprochen, war das Debüt von Di Benedetto, mir hat es auch nochmal einer beschrieben, bei seinem Debüt nimmt er den drei Köpfe größeren Paulsen-Hops, der ihm Revanche-Foul drücken will, nur um dann nochmal Hops genommen zu werden, also auf jeden Fall sehr, sehr stabile, was hat er bekommen, 10 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, sehr, sehr stabil der Mann, deswegen mal gucken, ob da in Zukunft noch ein bisschen mehr kommt, was natürlich vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher wurde, jetzt durch die Transfers, oder den Transfer, der später noch getätigt wurde, aber auf den ich später noch zu sprechen komme, Sorum ist richtig, und auch da wurde ein Kick-Artikel zugeschrieben, er ist in den Top 20 der jüngsten VfB-Debütanten, mit 18 Jahren und 195 Tagen, und in der Bilanz hält weiterhin Timo Werner den Rekord, der war ja sausau jung noch, ich weiß gar nicht, ob er dann noch 16 war, oder vielleicht schon 17, aber auf jeden Fall sehr, sehr jung, und er hat jetzt auch einen Top 20 beim VfB, auch Jovan Milosevic, auch Luca Raimund, sind ja auch sehr, sehr jung gewesen diese Saison mit ihren Debüts, und hier haben wir es auch nochmal im Spiel ganz gut zusammengefasst, was ich auch schon im Fazit nach dem Spiel gesagt habe, der VfB-Dehund voll beginnt endlich, ohne Gerasi seid ihr nichts, die haben sowieso nur überperformt, endlich seid ihr mal wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen, und all das kann man einfach mal auch genüsslich, genau in der Form zurückschießen, nämlich jede dieser Aussage einfach mal ganz klar verneinen, auch schön zu sehen, hier vier Stück haben es geschafft in den Kicker-Elf des Tages, und auf Mio, Führig, Wagnoman, alle reingeschafft, auch immer ein gutes Zeichen, weiß gar nicht, wie viele es in der Sportschau reingeschafft haben, aber bestimmt auch ein paar, wenn man auch hervorheben darf in dem Spiel, war Ro, hat es auch sehr, sehr ordentlich gemacht, wichtige Blocks dabei gewesen, Defensivaktion ist ja klar, das Innenverteidiger, da in der Dreierkettenrolle, echt, echt ordentlich gemacht, das Ding, und auch hier wurde nochmal eine Szene hervorgehoben, zum 5-2, da stand er nämlich im Weg von einem Einspieler, der bei Leipzig fällt, beim Freistoß, oder kurz bevor der Freistoß ausgeführt wird, wo ich mich gefragt habe, war das ein Foul oder irgendwas im Stadion, und dann unaufwandern einmal so dermaßen blank stand, das war so eine Nummer, da dachte ich irgendwie, ja, irgendwas kann ja nicht stimmen, war da ein Foul, war da Abseits, irgendwas stimmt da nicht, nee, war einfach nur geil gespielt, und Leipzig hat sich komplett, nicht mit Undaf gerechnet, das war ja komplett ein wildes Tor, wenn man es nämlich nochmal anschaut, hier in dem Tweet, einfach reingechippt das Ding nach rechts, Leipzig steht komplett nur auf links, der eine wird eben weg, läuft eben in, ich glaube Open da, muss wahrscheinlich sein, läuft halt in Ruho rein, und fällt, das heißt, der Letzte, der das vielleicht jetzt ein bisschen auf dem Schirm hatte, wo Undaf steht, ist auch noch geblockt durch Ruho, eben jetzt ohne einen Foul oder sowas, aber eben da steht, an dem abprallt, und dann macht Undaf das Ding rein, im zweiten Versuch, das war auch wirklich sehr, sehr blank verteidigt von RB Leipzig, wenn jetzt Undaf auch in Inform bekommen, in FIFA, wenn das interessiert, oder in EAFC, 85er, 80 Schuss, 89 Pace, 89 Schuss, 81 Passen, 85 Dribbling, 30 physisch, sehr stabile Karte, aber ich glaube, sein Mind of the Match, den man auch mal machen konnte, Mind of the Match, sorry, sein Player of the Month natürlich, den man auch mal machen konnte, habe ich auch gemacht, der müsste, glaube ich, immer noch ein deutliches Stückchen besser sein, als die Inform-Karte, trotzdem schön zu sehen, dass er einen bekommen hat, er hat ja auch einen Füllkrug mit seinen drei Toren, oder sowas, wieder einen bekommen können, vor den VfB-Lern, aber da hat er jetzt eben seinen bekommen, und zum Abschluss noch natürlich, wie gesagt, auch da schon, viel gesagt, im Fazit-Video, direkt nach dem Spiel natürlich, auch aus der Emotion raus, direkt nach dem Spiel, viel gesagt, deswegen jetzt hier nicht mehr, die ganz, ganz tiefe Analyse, oder sowas, zu den Spielen quasi, die schon durch sind, wie jetzt eben Leipzig ist, 5 zu 2, weil es schon ein paar Tage her ist jetzt mittlerweile, aber wie immer noch, da auch wie immer, ich hoffe, ihr habt es eh schon gehört, und es doppelt sich jetzt für euch quasi im Kopf, weil es eben gestern schon gehört hat, nämlich 16 Uhr, Portkantstadt, Donnerstagmittag, Donnerstag Nachmittag, meine Einspieler, eben Einspieler zu RB Leipzig, und eben auch zu Freiburg, und da nehme ich jetzt auch wieder, hier ein paar Daten raus, die ich auch da genannt habe, zum Leipzig-Spiel noch zum Schluss, und natürlich auch da, wie immer eben schon angesprochen, gerne reinhören in den Portkantstadt, ein bisschen Werbung für die Jungs, und da, ja, legen wir los, 1. Bundesliga-Sieg gegen Leipzig, auch das haben wir vor dem Spiel angesprochen, jetzt ist er endlich da, auch jetzt tatsächlich die längste Negativ-Serie für RB Leipzig, meine auch sogar insgesamt in der Bundesliga-Historie von denen, die ja auch noch recht kurz ist, aber 4 Spiele ohne Sieg, 3 Niederlagen in Folge, das ist wohl die größte Dürre-Phase von RB Leipzig, auch schön, wenn man da ein bisschen seinen Anteil daran hat, würde ich mal behaupten, im 12. Anlauf dann der 1. Sieg, wir wissen es ja, 11 Spiele davor, 9 Niederlagen, 2 Unentschieden nur, letzten 11 Spielen, auch das wurde ein Thema, nur 4 Mal getroffen, super, Ahamada, Führig-Gerasi, jetzt haben wir 5 Mal auf einmal getroffen, war der 1. Bundesliga-Dreierpack für Undaf, auch das sehr, sehr geil, und auch das vorhin schon angesprochen, jetzt haben wir auch ein bisschen Zahlen dazu, es war jetzt beim 22. Torschuss, war es das 1. Tor von Leveling im VfB-Trikot, endlich der Fluch auch vorbei, vielleicht löst es auch das, macht es sowieso viel, viel besser in letzter Zeit, kommt immer besser rein, aber eben in Sachen Abschluss, in Sachen Torerfolg, vielleicht löst das auch ein bisschen was, unter VfB, da haben wir jetzt, weil unter VfB auch dann mal 12, meine ich, steht 12 Saisortoren, Kerasi ja glaube ich auch bei 17, 16, ich glaube 17, das heißt der VfB hat das einzige Duo in der Bundesliga, bei dem eben beide Spieler im Duo jeweils über 10 Saisortore schon vorweisen können, das auch sehr, sehr stark, das beste Duo ist, ich glaube immer noch Sané und Kane, aber weil halt einfach Kane mit den Toren natürlich die Gesamtsumme einfach hochhebt, aber da hat Sané eben noch nicht 10 Saisortore gemacht, in Europas Top-Ligen gibt es nur ein weiteres Mal, nämlich bei Atletico Madrid, Griezmann und Borat haben das auch geschafft, also beide mit zweistelliger Toranzahl, schon ein dritter Dreierpack von Spielern vom VfB in dieser Saison, zweimal Gerasi, einmal Undaf, auch das ist schon ein bisschen länger, als das letzte Mal passiert ist, 2004, 2005, damals waren es zweimal Korani und einmal Kakao, auf dem gesamten Spieltag gesehen, auch das interessant, war es zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder der Fall, dass zwei deutsche Spieler am selben Spieltag einen Dreierpack geschnürt haben, weil Füllguck ja auch dreimal getroffen, wie gesagt, die fünf Tore im Heimspiel natürlich auch eine Besonderheit, auch das war interessant ein bisschen rauszurecherchieren, VfB hat jetzt schon zum dritten Mal in dieser Saison in einem Heimspiel fünfmal getroffen, Bochum, Freiburg, Leipzig, das zuletzt, also wie gesagt, auf die Heimspiele bezogen, gelang 1985, 1986, eine Saison später fiel der Rekord in der Statistik, da gab es nämlich fünf Heimspiele, mit eben jeweils fünf Heimspieltoren vom VfB, das ist der Rekord beim VfB seit Bundesliga-Gründung, bezieht man die Auswärtsspiele mit ein, also Heim- und Auswärtsspiele, das ist übrigens auch für gesamte Saison gesehen, gab es letztes Mal 1996, 1997, dass der VfB eben in drei Spielen fünfmal getroffen hat, aber das eben auf gesamte Saisons bezogen, wir haben noch einige Spieltage vor uns, mal gucken, ob noch irgendwann wieder fünf Tore im Heimspiel noch dazukommen, nochmal tiefer in den Samstag, mit dem 5-2 haben wir jetzt 25 der möglichen 30 Punkte geholt, aus den Heimspielen, sind damit gleich auch mit dem Bayern, Leverkusen hat noch einen Punkt mehr geholt in der Heimtabelle, also das brutal stark, 2,61 zu 0,49 Expected Goals waren es, der zweitniedrigste Wert von dem VfB-Gegner nach Darmstadt, 11 zu 2 Torschüsse waren es, auch das der zweithöchste Wert des VfB, ebenfalls geteilt mit dem Spiel gegen Darmstadt, und gegen Leverkusen waren es noch einmal mehr, zwölf Torschüsse gegen dies war der Top-Wert bisher, 52% Ballbesitz, dazu 558 zu 477 gespielte Pässe, Passquote 86 zu 83%, Top-Werte lieferten wir in der Laufdistanz, 122,9 zu 117,6 Kilometer, nur ein bisschen knapp weniger lief der VfB in Frankfurt, heißt, bisher aus den 19 Spieltagen sind wir insgesamt am meisten gelaufen, tatsächlich gegen Leipzig, im zweiten Platz, da haben wir spielenden Sprints ein, 262 zu 254, nur drei Sprints weniger als gegen Augsburg, also auch da Top-2-Wert, in intensiven Werten, sag ich einfach mal, dazu 93 zu 84 gewonnene Zweikämpfe, noch einen Spitzenwert gab es in den Ecken, da habe ich schon während dem Spiel gemerkt, weil irgendwann war das so ein bisschen die Daten ja im Kopf, und die Ecken war irgendwann auffällig, wie viel wir davon bekommen haben, 9 zu 3 waren es am Ende gegen Leipzig, eine mehr als gegen Leverkusen, heißt, die meisten Ecken in einem Spiel bisher in der Bundesliga-Saison für uns, und für die oft benannte 40-Punkte-Marke, die immer noch ein paar Leute haben wollen, eigentlich sind wir auch jetzt schon mehr oder minder durch, sag ich mal, bedürftig der VfB nur noch einen Sieg, weil wir jetzt auf 37 Punkten stehen, einer noch für die 40-Punkte-Marke, und da der Vergleich zur letzten Saison auch wieder wie immer schön, und auch immer wie immer beeindruckend, dann einfach, letzte Saison, auch nach 19 Spieltagen, hatten wir 16 Punkte auf dem Konto. Dann machen wir weiter mit den VfB-News, und fangen da, ja, ein bisschen, also wird generell natürlich ein bisschen gemischter, aber ein bisschen versucht, da irgendwas in Reihenfolge zu bringen, aber als erstes komplett random, nämlich Bruno Labbadia, ist wohl ein Thema, ist auch schon ein bisschen länger her, ich glaube, dazu gab es nichts Offizielles weiterhin, ich glaube, auch dasselbe Gerücht schon mal zu Breitenreiter, oder irgendwie sowas, also kann auch da einmal wieder komplett Quatsch sein, aber laut diesem Tweet hier, soll Labbadia der Hauptkandidat sein, für den Kosovo-Nationaltrainer, aber das ist schon ein paar Tage her, dazu kam glaube ich weiterhin nichts, deswegen würde ich erstmal unter Quatsch verbuchen, aber natürlich einfach eine witzige Meldung, dann das hier, auch gar nicht irgendwie böser gemeint oder so, als es müsste oder sowas, ich fand es nochmal interessant, das auch anzusprechen, weil ich mir das immer wieder gedacht habe, der Dennis Undaff-Account auf Instagram, habe auch nochmal einen Tweet gesehen irgendwie, der dann mich auch nochmal angestoßen hat, zu sagen, komm, ich spreche auch mal an, weil es gibt diesen einen Dennis Undaff-Account, dennis.undaff, nicht verifiziert und nichts, und steht auch in seiner Beschreibung drin, not impersonating Dennis Undaff, support page, handled by an Admin, also es ist eben auch nicht Dennis Undaff-Account, das ist einfach eine Fanpage, mehr oder minder, sieht man auch in den Posten, in den Formulierungen von dem Post, immer in dritter Person, Hattrick by Dennis und so Geschichten, da bin ich echt immer wieder fasziniert, keine Ahnung, ob es einfach die Leute nicht juckt, dass es ein Fan-Account ist, weil es einfach der größte Account ist, zu Undaff und sagen, komm, es ist halt für mich jetzt der Dennis Undaff-Account, oder ob sie wirklich einfach nicht wissen, oder nicht verstehen, dass es Fan-Account ist, keine Ahnung, wenn ich mir drunter gucke, dass ein Kakao dann drunter schreibt, Maschine, oder irgendwelche anderen offiziellen Accounts und sowas, und ja, auch größere Accounts und wie auch immer, und Spieler und sowas, und eben Leute mit VfB-Nähe, dann irgendwie, dann liken und so Geschichten, ich hab gar nicht tiefer gemeint, als es irgendwie müsste oder sowas, aber keine Ahnung, das ist halt ein Fake-Account, das ist ein Fan-Account, das ist ein Fan-Page-Account, wie auch immer, ich weiß nicht, ob es da ein paar Leute gibt, die das wirklich als richtigen Account sehen, wie jetzt hier zum Beispiel einen Kakao, der unter dem Hattrick von Undaff drunter schreibt, Maschine, keine Ahnung, also irgendwie komische Nummer finde ich, wie oft der quasi mehr oder minder auch als richtiger Account gesehen wird oder so, hab ich so das Gefühl, ist er einfach eine Fan-Page, ist ein Fan-Account, schreibt er ja auch rein, das ist ja auch fair, schreibt er auch rein, dass er eher nicht Dennis Undaff ist, finde ich dann trotzdem irgendwie witzig und irgendwie krass auch fast, wie viele ihm dann folgen, von so großen Leuten, auch Klaus Vogt folgt dem Account, sehe ich hier gerade, das fing ja schon ein bisschen, ein bisschen wild, keine Ahnung, aber vielleicht wissen es ja trotzdem die meisten, dass es ein Fake-Account ist und denke sich, komm, scheißegal, nehme ich das als meinen Undaff-Account auf Instagram, wenn er schon selber keinen hat, auch mal weiter, Momo Sissé, auch der, heimisch und leise wurde der Vertrag aufgelöst, wahrscheinlich viele schon gar nicht mehr richtig im Kopf, weil wir jetzt mittlerweile auch einen anderen Sissé mal auf der Bank hatten, nämlich Musa Sissé aus der Jugend, Linksverteidiger, aber Momo Sissé kam im Sommer 2020, ja, von Le Havre zu uns, zum VfB, hatte ursprünglich noch einen Vertrag bis 2024 und der wurde jetzt, ja, ohne große Meldung oder sowas, muss man quasi auf der Webseite selber finden, wurde jetzt der Vertrag aufgelöst mit ihm, er hat aktuell noch einen 50.000er Marktwert, 21 Jahre alt, ja, Ginea U23, schon ein paar Spiele gemacht, für uns tatsächlich auch insgesamt fünfmal zum Einsatz gekommen in der Bundesliga, also, dass er den längsten Einsatz auch direkt am Anfang hatte, direkt beim ersten Spiel, wo er, ja, wo er da war, nämlich gegen Freiburg, ähm, 2 zu 3 verloren 2020, also Saisonauftakt 2021, ähm, zwölf Minuten hat er bekommen, hat nochmal zehn bekommen, sogar gegen Wolfsburg im April 2021, sonst mal vier, zwei, fünf Minuten, ähm, dann ein paar Verletzungen, er hat sonst nie im Kader, nie große Rolle gespielt, kam damals auch ablösefrei, also auch in dem Sinne hat man auch kein Geld oder sowas in den Sand gesetzt, ähm, ja, hat da vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung drin gehabt, keine Ahnung, war Flügespieler links außen, rechts außen, aber durchgesetzt hat er sich einfach nie, wurde er ausgeliehen, dann auch zu Wissler, Krakau, ich glaube es auch da hat er sich nicht großartig durchgesetzt, und jetzt eben wahrscheinlich einfach keinen Abnehmer gefunden, so traurig es klingt, und deswegen den Vertrag aufgelöst mit Moussa Cissé, ähm, Hoffenheim-Invasion muss ich nochmal ansprechen, war im letzten Ding ein bisschen größeres Thema, aber da ist eben jetzt auch ein aktuellerer Stand noch da, wie auch die falsche 9 berichtet, ähm, ist ja auch so eine Seite, wo man hingehen kann, für eben Zahlen zu Fans, zu Auswärtsfahrern, zu, ne, Heimauslastung und so weiter, ist, glaube ich, eine recht bekannte Seite dafür, und auch die berichtet, äh, zu dem Stand eben, dass auf jeden Fall, äh, um die 15.000 VfB-Fans sein werden, rund 15.000 VfB-Handlänger werden dabei sein, in Hoffenheim schreiben die, weil eben jetzt wirklich alles weg ist, bis auf die beiden Stehblöcke bei Hoffenheim, ne, also die offiziell, oder die größten Ultra-Blöcke, sage ich mal, bei Hoffenheim weitesten Sinne, Stehblock 1, Stehblock 2 sind die einzigen, wo man noch was auswählen kann, der Rest ist komplett weg, ähm, auch das ein Zeichen, weil auch da immer natürlich die Frage war, ja, sind denn diese Blöcke wirklich alle in VfB-Handlänger? werden nicht alle 100% VfB sein, manche halt mal 90%, manche halt doch nur 60% VfB, keine Ahnung, aber, wenn du ins Stadion gehst, was ist das Erste, was da weg ist? Die Kurve, die Fankurve ist das Erste, was weg ist, in Hoffenheim war es das Letzte, was weg ist, das heißt, da war auch kein Gegenantrang von Hoffenheim, ne, unser Antrag war, massiv und alles rund um Auswärtsblock sofort weg, jetzt eben auch die ganzen Blöcke bis in den Hoffenheim-Block rein, auch weg, auch das sehr, sehr viel durch uns wahrscheinlich, oder, ja, sehr, sehr viel durch uns, das wahrscheinlich kann man eigentlich rauslassen, aus dem Ding sollte eigentlich klar sein, und im Gegenzug ist halt das, was am wenigsten ausverkauft wird, oder am langsamsten ausverkauft wird, trotz Dauerkarten, trotz Mitgliederverkauf bei Hoffenheim, die Hoffenheim-Kurve, das heißt, da gab es einfach keinen Antrag von Hoffenheimer Seite, der das irgendwie hätte stoppen können, was wir als VfB-Fenster machen, und immer noch die letzten Plätze, die frei sind, sind Stehblock Hoffenheim, ne, also das werden wirklich vor allem wir gewesen sein, die die ganzen Blöcke einnehmen und eingenommen haben, trotzdem, auch da muss ich ansprechen, und das fairerweise, wenn man jetzt mal guckt, auf diesen Blockplan bei Hoffenheim, hier, die Auswärtsblock bei uns, wird ja noch verkauft, dann irgendwann, Mitte, Ende Februar, wird natürlich auch sowieso alles weg sein, ist ja klar, dann diese Blöcke F bis B, war klar, dass die sofort weg sind, waren auch am schnellsten weg, ist auch ganz klar, in dem Bereich hock auch ich, und dann, ist ja auch die mehr oder minder, in Anführungszeichen, billigeren Bereiche, sag ich mal, mit diesen 37 Euro, was es da waren, dann kommen wir zu I bis N, das sind es ja irgendwie, glaube ich, zweimal 52 Euro, und dann auch sogar einmal, halt mittig, hauptribünemäßig 58 Euro, auch die, zumindest mal bis zu L, bis zu M, ging es sauschnell weg, irgendwann dann auch M und N, ja, recht zügig noch weggegangen, und dann kommen wir halt in den Bereich, wo du auch offiziell, keine VfB-Sachen tragen darfst, und so weiter, was eben offiziell Hoffenheim-Kurve ist, O bis V, O, P, Q, R, S, T, U, V, na, es gibt es noch Plätze, Stehblock S1 und S2, aber habe ich auch mitbekommen, auch in Kommentaren gesehen, auf Twitter gesehen und so weiter, dass sich sehr, sehr viele VfB-Fans auch eingenistet haben, in Blöcken wie O, wie P, wie V und so weiter, also eben offiziell in Hoffenheim-Blog, deswegen auch da ganz klar, wer es nicht mitbekommen hat, wer es nicht gelesen hat, irgendwie online, ich würde es da trotzdem, trotz dessen, dass wir da eine 15.000er-Invasion haben, oder vielleicht sogar mehr, irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 VfB-Fans da drin hocken, jetzt mal grob geschätzt, würde ich es trotzdem da unterlassen, in irgendwelchen VfB-Sachen zu kommen, weil nur weil da viele VfB-Fans hocken, ist das halt immer noch nicht, ja, im Sinne des Stadionrechts, ist halt einfach so, ist halt genau das gleiche, wie wenn, keine Ahnung, jetzt im nächsten Heimspiel irgendwie in einem Block, was ja nicht passiert, ist was anderes bei uns wie in Hoffenheim, aber theoretisch formuliert, wenn in irgendeinem Block bei uns in der Kanzlerkurve die Hälfte mit Mainz voll ist und da Leute mit Mainz-Sachen drinstehen, das geht ja genauso wenig, also auf der Regel ist halt O bis V keine Fan-Utensilien des Gästevereins, was ja auch komplett logisch ist und klar, es hat eine Invasion in Hoffenheim und da ist eben auch die Möglichkeit da, wie bei keinem anderen Klub wahrscheinlich in der Liga, sich sogar einzunisten in irgendwelchen Fan-Blöcken offiziell bei Hoffenheim, sozusagen so ein Block wie O finde ich noch okay, P von mir aus auch noch so ein bisschen, V ist halt auch seitlich, also auch ein bisschen okay, aber da geht es halt links nicht weiter mit VfB-Fans, dann links kommen diese VIP-Plätze und sowas, also ist was anderes wie diese Blöcke L, M, N, O, P, die wirklich zusammenlaufen mit VfB-Fans, dann der V-Block ist schon ein bisschen alleine, ein bisschen random da unten, aber alles tiefer, ne, Q, R, S, T und U, keine Ahnung, also wie gesagt, Invasion geil, Macht-Demonstrationen da zu zeigen, was Fankultur ist, was Fans sind, ne, und so weiter und so fort, auch alles in Ordnung, auch alles geil, freue mich auch unfassbar auf dieses Spiel, wird brutal geil, eben auch in so einem Bereich dann auch noch direkt anschließend an den Gäste-Block und eben von da aus nach rechts zu gucken, alles VfB, nach links zu gucken, alles VfB, das wird brutal geil, aber worauf ich hinaus will, ich vergack's hier wieder ein bisschen vor mich hin, aber worauf ich hinaus will, in den Hoffenheim-Block finde ich fast geht ein bisschen zu weit, bin ich ganz ehrlich, weiß ich, ob es dann da Stress gibt auch, weiß ich, wie tief es da Ultraszenen gibt bei Hoffenheim, whatever, ob es dann da wirklich vielleicht sogar auch zu Ausschreitungen kommt im schlimmsten Sinne, wenn du eben als VfB-Fan in Block P, in Block Q, in Block U oder sowas hockst, aber dann musst du halt damit auch in Anführungszeichen übertrieben gesagt ein bisschen rechnen, weil es ist eben Hoffenheim-Kurve, wie gesagt, Invasion schon gut, aber sich in eine gegnerische Kurve reinzusetzen, auch wenn es eben nur Hoffenheim ist, also was anderes, wenn du es auf Schalke machst und sowas, wie gesagt, da geht es sowieso nicht, weil die eh alles schon selber ausverkaufen, aber so im Vergleich, ist auch da nochmal ein anderes Thema von der Hitzigkeit, aber in eine gegnerische Kurve, wie gesagt, wie wenn sich Gästefans bei uns in die Kanzlerkurve hocken würden, weiß ich nicht, fast auch ein Stückchen zu weit, muss ich sagen und da, ja, nochmal die Aktion auch gesehen von Schalke, nochmal ein paar Bilder gesehen dazu, eben von, ja, vor einem Jahr quasi, als sie ja auch mit 15.000 vor Ort waren, da wurden ja auch dann Fahnen und sowas verteilt, da auch nochmal, das werden die auf dem Schirm haben, das muss man jetzt in Ultras oder so, glaube ich nicht, oder in Fangruppen, glaube ich nicht, nochmal extra sagen, das werden die schon selber auch mitbekommen, was da abgeht, im Verkauf für Hoffenheim, wäre sehr geil, da auch irgendeine Aktion zu bringen, ne, auch schon angesprochen, Samstag 1830, alle Blicke auf dich und so weiter, die Machtdemonstration ist sowieso schon da, mit der Menge an Auswärtsfans, die da hinfahren, wird brutal geil, wird ein sehr, sehr besonderes Erlebnis, stimmungstechnisch und so weiter, sowieso, spielt da mal gucken, aber auch da kann man, glaube ich, hoffnungsvoll sein dann, auch durch den Rahmen dann eben, ist ja quasi ein Heimspiel dann, aber wäre sehr, sehr geil, wirklich eine Aktion zu bringen, dass irgendwie auch wieder jeder oder, ja, muss ja gar nicht irgendwas hinlegen, keine Fahnen hinlegen, whatever, sondern einfach sagt, jeder kommt im Trikot, alle in weiß, so ein Motto rauszuhauen, wäre auch nochmal, nochmal für eine Stufe höher an Machtdemonstrationen, auch nochmal eine sehr, sehr geile Nummer, würde ich sagen, in Hoffenheim. Da mal weiter mit netter Service, bei Tickets, habe ich nämlich jetzt was gefunden gehabt, auf Twitter, VfB verfügbare Tickets, gibt es eine Seite, die so heißt, und die haut immer wieder, ich glaube recht täglich, den neuesten Stand raus, bei den Verkäufen, also wie viele Tickets sind noch verfügbar für das Heimspiel gegen Mainz, und so weiter und so fort, hat sich wohl so ein Tool gebastelt, oder wurde eben so ein Tool gebastelt, der diese freien Plätze eben automatisch im Shop dann zählt, also wenn das interessiert, mag ich ja auch so ein bisschen in Tickets zu gucken und sowas, der ist da richtig, ja richtig aufgehoben, weil er gucken will, wie viel noch wo frei ist, und wann jetzt das Spiel endlich ausverkauft ist, und so weiter und so fort, finde ich echt einen sehr, sehr netten Service, den ich da gesehen habe, auf Twitter, den es jetzt, ich glaube schon neuerdings gibt, weiß gar nicht, wie lange es den Account schon gibt, aber mir ist er erst neuerdings aufgefallen, Porsche-Deal, auch das natürlich muss angesprochen werden, denn das Ding ist jetzt offiziell durch, seit dem 26. Januar, da zur VfB, veröffentlicht, mit dem sogenannten Closing ist die Anteilsübernahme durch die Porsche AG formal abgeschlossen, darüber hinaus engagiert sich Porsche in den kommenden Jahren umfassend als Sponsor beim VfB Stuttgart und fördert unter anderem das Nachwuchsleistungszentrum, die auch eine offizielle Meldung dazu rausgebracht, mit den, ja, mit den Prozenten, die da abgegeben wurden, sind und so weiter und so fort, die ersten Anteile wurden übernommen, 5,49 Prozent, die nächsten 5,2 Prozent in der Tranche soll dann für Juni 2024 geplant sein, ja, der VfB hat da jetzt keine offiziellen Zahlen, das ist ja auch irgendwo logisch, aber da wurden ja schon ein paar genannt, auch vom Kicker jetzt hier wieder, ja, Gesamtvolumen, glaube ich, hier diese 41,5 Millionen Euro, die da fließen sollen insgesamt, zu viel mehr Inhalt, bin ich der falsche, seitdem es ist, zu Prozenten und so weiter, was es genau bedeutet und, ne, warum es jetzt so lange gedauert hat, ähm, dass die DFL und so weiter das alles hier, quasi den Daumen gehoben hat und so weiter, da bin ich nicht tief genug drin, sage ich dir, wie es ist, ich, ich nehme hiermit raus, Porsche, Jako, Mercedes zusammen da, sehr, sehr stark, hier, ne, Weltmarkenbündnismäßig, auch damals die BK eben, ähm, mit dieser Außenwirkung, dass eben jetzt vielleicht auch andere regionale, größere, ähm, Firmen und so weiter, vielleicht sich angeregt fühlen, auch zum VfB wieder, äh, die Prozente hier, die Summen, die wir bekommen, dass das hier viel mit Nachwuchs zu tun hat, dass jetzt nicht alles direkt in irgendein Transferbudget und sowas reinläuft, logischerweise, ähm, auch einfach für eine generelle, mehr, ja, größere Sicherheit eben finanziell und so weiter gedacht ist, aber für viel mehr Tieferes bin ich ehrlicherweise der falsche Ansprechpartner, ähm, auch mal witzig finde ich dieses Dismim, was jetzt mittlerweile gebaut wurde, mit Commerzgeld entladen, ähm, hier mit dem Porsche-Logo, Fritzle, Traktor, Geld fällt runter, einfach schönes, kleines Meme, was da gebaut wurde, ähm, und auch da ja im selben Zug auch immer sehr, sehr viele Versuchen, sag ich mal, auch da, sind wir tief genug drin, aber ich weiß zumindest, dass es da einen deutlichen Unterschied gibt, zwischen uns, oder jetzt auch Werder Bremen, und dann trotzdem solchen Vereinen, wie RB Leipzig, und so Geschichten, und Hoffenheim, und whatever, ähm, nur weil jetzt hier irgendwie Porsche reinkommt, ähm, mit dem, mit dem Sponsoring, ähm, sind wir nicht auf einmal gleichzustellen mit Klubs, wie RB Leipzig und so weiter, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, auch wenn es da viele, äh, versuchen, natürlich aus anderen Ferienlagen, logischerweise, aber auch wenn es da online viele versuchen, damit, äh, ja, prallen sehr oft, äh, dann gegen die Wand, äh, die es in der Diskussion dann einfach gibt, Alleinerwerbsverbot ist, ähm, ein großes Thema, jetzt, jetzt noch nicht, aber könnte ein großes Thema werden, nämlich für den Verkauf der Medienrechte 2025-26-26 bis zu 28-29, ähm, nämlich, äh, das Alleinerwerbsverbot fällt weg, das hat es bisher verhindert, dass eben irgendwer sich alle Rechte sichert an der Bundesliga, deswegen ja die verschiedenen Pakete da, Sky, The Zone und bla bla bla, ähm, aber diesmal, ne, steht alles noch aus, deswegen ein bisschen, ein bisschen länger her noch, äh, ein bisschen länger hin noch, ähm, aber bei einer Einigung mit einem Sender oder einem, ja, Dienstleister, wie auch immer, ähm, könnten jetzt theoretisch wieder alle Spiele in der Bundesliga bei einem einzigen Anbieter liegen, laufen, gesendet werden, glaub, das wär sehr, sehr geil, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist für sowas, aber schon mal gut, dass die No-Single-Buy-Rule da eben wegfällt, ähm, und ich glaub, das ist ja mit das, natürlich auch da mal gucken, auf Preis und so weiter und wie gut ist der Anbieter und sowas, ne, Sky hat seine Tücken, der Sonne hat seine Tücken, ähm, aber da wär's natürlich sehr, sehr geil, glaub ich, für uns alle Fans erstmal grundsätzlich, wenn man, ne, eh erst ab 2025 dann, aber wenn man eben ab der Saison dann wieder einfach ein Abo kauft und damit die gesamte Bundesliga gucken kann, ich glaub, das wär schon mal, ähm, sehr, sehr vorteilhaft für uns Fans auf jeden Fall, ähm, Arena ist ein nächstes Thema, die wird teurer wieder, aber da auch schon mal, bevor die nächste Schnappatmung kommt, ähm, für die Stadt wird sie teurer, weil die übernimmt die 20 Millionen Euro, die jetzt nochmal oben drauf kommen, geht hier um die Inbetriebnahme der Haupttribüne, also weiter in der letzte Fleck quasi, wo wir als Fans schon drauf gucken, denken, ja, da sind doch schon Plätze, ähm, da sind ja schon Stühle und so Geschichten, ne, aber das wohl immer noch weiter in dem Thema, da brauchst du jetzt ein bisschen mehr Kohle wieder, aber ich sag, die, äh, die Stadt zahlt das, ähm, ich hab den genaueren Grund gar nicht mehr im Kopf, aber, äh, da wurde gesprochen drüber im STR-Podcast, was ich da auch ein Gast rangeholt habe, da der eben, ähm, ein bisschen mehr Einblicke hat, ähm, deswegen auch das interessant, ähm, mit Flo Pitschel wurde gesprochen, ähm, von den Grünen, der eben auch mit da drin hockt in dem Thema, ähm, und das zahlt auf jeden Fall die Stadt, weil das eben ein bisschen an den Versäumnissen der Stadt lag von früher noch, dass da jetzt eben noch mehr Geld nötig ist für Renovierung, bla bla bla, sowas ist, glaube ich, noch im Kopf, aber um da nochmal mehr sicher zu gehen, gerne reinhören, ähm, in den STR-Podcast, ähm, und was da auch rauskam, auch das Thema Stadion, auch sehr interessant, ähm, coole Nummer auf jeden Fall, ähm, der VfB oder eben Stuttgart dann in dem Sinne bewerben sich um das Champions-League-Finale 2027 der Frauen, auch sehr interessant, ne, VfB ja selber auch, ähm, ja, VfB-Marsch, äh, ja, was, was Frauenfußball und sowas angeht, da ein bisschen Gas zu geben jetzt, ähm, ähm, und deswegen auch schön zu sehen, ist natürlich ein Champions-League-Finale der Männer, ne, wollen natürlich bestimmt ein paar mehr Leute dann haben, mal wieder irgendwann in Stuttgart, aber auch Champions-League-Finale der Frauen, ich glaube auch, wäre ein sehr schöner Schritt und eine sehr schöne Aktion für Stuttgart, für den Frauenfußball, wie auch immer, für den VfB eben auch dann im Zusammenhang mit dem Frauenfußball, deswegen mal gucken, ob die, äh, Bewerbung da erfolgreich sein wird, ähm, ähm, ist nur ein ganz, ganz kurzes Thema, ähm, weil das logisch ist, aber auch hier wurde nochmal berichtet, dass natürlich einige, einige Klubs Interesse haben an ihm im Sommer, äh, für diese 20-Million-Ausstiegsklausel eben, ähm, genannt werden hier sechs Klubs spezifisch, Bayern, Dortmund, Manchester United, Newcastle, Atlético Madrid und AC Mailand, aber logischerweise, er bleibt ja bis Saisonende, deswegen ist das auch erstmal kein Thema bis zu Saisonende und sollte mir eigentlich hauptsächlich nur zu einem Übergang dienen in den Afriacup hinein, das letzte Punkt hier von den VfB-News, Afriacup und Asia Cup, da spielen nämlich tatsächlich auch sogar zwei gegeneinander, Silas spielt gegen Girassi, ähm, das wird am Freitag der Fall sein, Freitag 21 Uhr, Kongo gegen Guinea im Viertelfinale des Afriacups, weil bisher sind ja alle durchgerutscht, ähm, Silas auch im Elfmeterschießen durchgerutscht, hat natürlich auch im Elfmeter dann auch versenkt, ähm, und dann natürlich die Frage, haben wir dann irgendwie Hoffnung, dass da irgendwer zurückkommt, logischerweise für Freiburg eh nicht, danach kommt dann das Spiel in Leverkusen-Pokal am Dienstag, da muss ich sagen, wenn du Freitagnacht rausfliegst im Afriacup, Rückreise und so weiter, ob du dann am Dienstag in Leverkusen schon wieder irgendwie im Kader bist, wage ich auch sehr zu bezweifeln, das ist vielleicht eher Mainz dann auf jeden Fall, oder Mainz auf jeden Fall ein Thema dann, ähm, für den Sonntag dann danach, ich glaube der 11. Februar oder sowas ist, ist das auf jeden Fall ein Thema, ähm, für denjenigen, der da eben dann rausfliegt, einer fliegt ja raus, ist ja klar, und dazu gab es eben auch noch Berichte, dass, ähm, was mir auch logisch erscheint, eben Spieler aus Afriacup, Asiacup und sowas, eben auch noch vielleicht ein, zwei Tage kurz Urlaub bekommen, eben nach dem Turnier, und halt nicht direkt wieder einsteigen, ne, auch das muss man gucken, wie es dann umgesetzt wird vom VfB, aber auch das erscheint mir, erscheint mir eigentlich logisch, also, weder Silas noch Gerasi, egal wer da rausfliegt, wird glaube ich am Dienstag wieder im Kader sein, in Leverkusen, das wäre schon sehr, sehr krass auf jeden Fall, und auch da, man soll es sich ja irgendwie auch generell keinem wünschen, große Turniere für die Jungs, und die kommen sicherlich auch positiver heim jetzt, als wenn sie schon in Gruppenphase rausgeflogen wären, ähm, aber wenn man sich einen wünschen kann, glaube ich, aus, äh, ja, hier Kongo gegen Guinea, dann darf schon doch eher Kongo weiterkommen, im Sinne von, dass Gerasi früher zurückkommt, ähm, ohne jetzt irgendwas gegen Silas zu haben oder so, aber ich glaube, von der Wichtigkeit werden Gerasi noch ein bisschen höher, aber am Ende des Tages sowieso kein Einfluss darauf, einmal gucken, was da am Freitag passiert, auch die beiden aus dem Asia Cup sind noch voll mit dabei, wie auch Silas und Gerasi am heutigen Freitag spielt Jong, ähm, oder ist zumindest dabei mit Südkorea gegen Australien am Nachmittag im Viertelfinale, und Samstagmittag, dann, ähm, 12.30 Uhr spielt Japan gegen den Irak, da ist dann natürlich wieder Ito mit dabei, mal gucken, ähm, die gehen sowieso mehr oder minder als Favoriten rein in das Gesamtturnier, also dass Südkorea gegen Japan das Finale sein könnte, steht ja schon quasi schon seit Turnierbeginn klar, ähm, oder schon fest, ähm, deswegen mal gucken, wie die sich schlagen, glaube beide auch so, nicht so ganz souverän, auch ein bisschen holprig, also vielleicht passiert eine Überraschung und einer von den beiden fliegt dann tatsächlich auch schon früher raus, auch da, auch da wieder nichts gegen Jong oder sowas, aber von der Wichtigkeit her eben auch mit dem Thema der Verletzung in der Innenverteidigung, auf die wir später noch zu sprechen kommen, logischerweise, ähm, wäre dann wahrscheinlich auch ein Ito ein bisschen wichtiger noch, ähm, in Sachen frühzeitigerer Rückkehr, ähm, aber einfach mal abwarten, was die Jungs da in ihren, ähm, ja, Turnieren, äh, noch so reißen. Dann haben wir weiter mit der Gerüchteküche, ähm, natürlich auch rund um den Deadline Day, aber auch ganz insgesamt seit dem letzten Stand, den wir hier hatten mit, äh, Transfergeschichten, ähm, Oskar Perea, äh, ist wieder ganz, ganz kurz aufgeblitzt, ähm, am 29. Januar war das, dazu auch weiterhin nichts, äh, passiert oder sowas, weil wir auch einfach unter der Position wahrscheinlich auch nicht wirklich jetzt halt Bedarf hatten oder sowas, da jetzt tiefer reinzugehen, da wurden wir auch genannt mit Leverkusen, mit Dortmund und so weiter, Klubs aus, äh, Spanien, England, äh, äh, Frankreich, also einige interessiert, äh, junger Bursche, 18 Jahre alt, ich meine, ich hätte ihn auch schon mal angesprochen, ähm, 1,3 Millionen Mark wert, Kolumbianer spielt auch dort in Kolumbien in der ersten Liga, ähm, links außen, rechts außen, ähm, also wieder einer, den man sich ein bisschen im Kopf behalten kann, aber zu dem es jetzt erstmal nicht, äh, konkreter wurde, ähm, danach Rafamir, ich glaube, den hatten wir auch nicht in den letzten Folgen mal, ähm, wie jetzt in Perea, den ich glaube ich schon mal im Kopf hatte, ähm, aber den ich glaube auch schon irgendwann mal mit dem, ähm, in Zusammenhang gebracht wurden, meine ich, vielleicht war es auch irgendein anderer Spanier, ähm, ist ein Stürmer, ähm, der jetzt auch wohl gar nicht gewechselt ist, ähm, wir wurden immer genannt im Zusammenhang mit Valencia, er spielt bei Sevilla und Valencia wurde genannt, ähm, wir wurden auch immer genannt, ähm, ähm, eben, dass, äh, er in Gesprächen wäre mit uns, mit dem VfB, äh, von manchen Quellen hier, ne, auch alles wieder Twitter-Quellen, dies, das, ne, ist ja auch wieder eine klare Geschichte, der, ja, beim Thema, wie man sowas einschätzen sollte, ähm, und dann auch von Fabrizio Romano offiziell, ähm, ähm, weil das dann immer näher kam und dann doch nicht passiert ist, eben ein Wechsel zu Valencia, auch das off, damit ist er jetzt weiterhin bei Sevilla, 26 Jahre alt, 5 Millionen Mark wert, Mittelstürmer, Vertrag noch Ewigkeiten bis zu 27, zwei Tore in 15 Spielen bisher bei Sevilla, die auch, glaube ich, generell wieder keine wirklich gute Saison spielen, ähm, ja, und da wurde man irgendwie mitgenannt, wahrscheinlich wäre es ein Thema Laie gewesen oder irgendwas in der Form, aber es ist ja auch nichts passiert, da ist auch dazu nicht näher, äh, notwendig einzugehen, auch der wurde genannt, ne, hier auch zum Beispiel bei einem Artikel hier, VfB-Flirt, ähm, Lemina fast vom Markt, ähm, einer von PSG, ein junges Talent, ähm, das dann aber jetzt dann offiziell zu den Wolves ist nach England, per, per Laie mit Kaufoption, ähm, der Mann ist 18 Jahre alt, den haben wir auch, den haben wir auf 100% schon mal angesprochen, deswegen, äh, sag ich mal, bestätigt sich das, dass ich auch immer wieder einfach Leute anspreche, die genannt wurden, aber eben nicht tiefergehend, falls sie nochmal auftauchen, ähm, und der taucht jetzt eben nochmal auf, ausgeliehen zu den Wolves, 500.000 Mark wert, 18 Jahre alt, offiziell das Mittelfeld, wie gesagt, kommt von PSG, ähm, ausgeliehen von PSG, dorthin, äh, und laut Fabrizio Romano Kaufoption bei einer Million Euro, also auch, ja, eine recht billige, ich meine klar, nur 500.000 Mark wert, ist klar, aber trotzdem eine sehr, sehr billige, ähm, Kaufoption dann, also mal gucken, wie es bei dem, bei den Wolves weitergeht, ähm, ist jetzt einer, ne, offiziell fällt rechts aus, links aus, laut transfermarkt.de, auch wieder eine Position, die wir jetzt halt doch nicht so dringend gebraucht hätten, oder sowas, auch in Sachen Kaderbreite nicht, deswegen wurde wahrscheinlich auch der nie wirklich konkreter, ähm, Genki Haraguchi ist kurz aufgekommen, hier von der SCN zum Beispiel, von den Kollegen, ähm, dass da Zweitgisten an ihm interessiert sind, und das vielleicht noch könnte, noch wechseln könnte, weil ja eben alles dann eben auch Thema war, äh, rund um den neuen Spieler, der dann kommt, oder die Besetzung im Mittelfeld und so weiter, deswegen hätte dann im gleichen Zug auch einen, ähm, Haraguchi wechseln können, ähm, aber wurde wohl nie wirklich, ähm, konkret genug für einen Wechsel, äh, in die zweite Liga, deswegen bleibt er bei uns, auch sein Profil, nochmal kurz, ne, jetzt ist er 32 Jahre alt, ähm, kam ja im Winter dann, ähm, offensives Mittelfeld, kann auch defensives Mittelfeld oder zentrales Mittelfeld spielen, ähm, ja, noch Vertrag bis Sommer, wird wahrscheinlich hier auch, ne, jetzt kein Topverdiener sein, aber eben ein gescheites Gehalt bekommen, deswegen wird es auch da ein bisschen schwerer gewesen sein, würde ich mal tippen, ne, äh, würde ich mal tippen, äh, für irgendwelche Zweitligisten, und bei ihm, der wird jetzt auch nicht große Rolle weiter in den Spielen, ja, am zweiten Spieltag, äh, hat er kurz mal ein Spiel bekommen, oder ein paar Minuten bekommen, äh, in Leipzig, sonst halt nicht, jetzt ist er auch mittelfeldig ein bisschen breiter aufgestellt, also auch da wird er eher noch weniger Spielzeit bekommen, was dann, ja, gegen Null geht, ähm, in dem Fall, gut, bleibt halt das halbe Jahr noch, Vertrag wird es nicht verlängern, dann kann er sich im Sommer einen neuen Verein suchen, jetzt auch schon in einem Alter, wo so Gerüchte aufkommen, wie halt, ja, Rückkehr nach Japan und so, ähm, ne, so Geschichten, deswegen mal gucken, wie es mit Genki Haraguchi weitergeht, ähm, Marco Grujic, ähm, ist auch ein Thema gewesen, auch ein bisschen näher noch ein Thema gewesen, ähm, auch hier wieder ein bisschen sortiert von komplett unwichtig zu doch wichtiger, da wurde eben die Gerüchte, äh, kamen zu ihm auf, der jetzt aktuell bei Porto ist, ähm, dass wir den vielleicht leihen wollen mit einer möglichen Kaufoption, auch da schon kam recht früh, dass vielleicht die, äh, Ablösegeschichten und sowas im Gehalt zum Knackpunkt werden könnten, irgendwann kam auch raus, dass es ja kein Thema ist dann bei uns, ähm, eben auf der Suche nach diesem Backup für Stiller, für Karasor, für das Mittelfeld, so generell, ist auch noch ein Name, glaube ich, ähm, für viele, Marco Grujic, 8 Millionen Mark, wäre er 27 Jahre alt, ein bisschen erfahrener, aktuell bei Porto eben, da eben auch nicht die Nummer 1 Rolle, nur 6 Spiele gemacht, deswegen auch da eben das Gerücht aus der Logik raus, dass er eben auch Spielpraxis haben möchte, ähm, 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 ja, weil er schon mal von Liverpool zu, zu Hertha ausgeliehen war, von, ähm, Liverpool dann eben rüber zu, zu Porto 2022 für 9 Millionen, ähm, ich glaube, bei der Hertha war auch echt ganz ordentlich, einer der Besseren bei denen in der Phase, deswegen hätte ich auch schon gefeiert, aber ist am Ende des Tages nicht passiert, ähm, aber interessanter Name, den wir da auf dem Zettel hatten, auch vom Niveau her eben, was wir uns da auf dem Zettel, äh, ja, aufgelistet haben, wohl beim VfB an, an Ersatzthemen, und der jetzt, der jetzt im Endeffekt kam, dann, äh, ja später noch dann das Thema, ist ja vom Niveau auch schon mal, ich sag mal, vielleicht ein anderes, ähm, ja, ein anderes Kaliber, als wir vielleicht sonst vor ein, zwei Jahren noch geholt hätten, für so eine Backup-Rolle, ähm, Karasor-Gerüchte gab es auch ganz kurz, ähm, Lazio, Rom und West Ham, ähm, aber da auch recht schnell kein Thema, und so weiter und so fort, ähm, ja, überhaupt nichts dran und so weiter, wäre auch komisch gewesen, ähm, Karasor bleibt, ja auch noch Vertrag bis 2026 bei uns, Neuhaus wurde auch ein Thema, auch das wäre wieder, ne, Thema, Regal, in das man schaut, für Backup, äh, Stiller für Backup, Karasor, was man ja auch ein bisschen, was ein bisschen auffälliger wurde, eben durch diese gelbe Karte, äh, durch die Sperre dann für Karasor und eben das bisschen kreativ werden mit Mio auf der Position, sag ich mal, auch wenn der es top gemacht hat gegen Leipzig, ne, ist klar, aber eben auf, 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 auf Zeit gesehen, ähm, Neuhaus war eine Option laut der Bild und so weiter, Laie, Laie mit Kaufoptionen, aber das war recht schnell dementiert, wohlgemut schon recht schnell gesagt, daran ist nichts dran, ähm, auch Berater und Gladbach recht schnell gesagt, nö, der bleibt hier, aber, ey, er war ja schon so ein bisschen willig, ähm, vielleicht zu wechseln, Neuhaus, ähm, aber bleibt bei Gladbach, 9 Millionen Mark wert, 26 Jahre alt, um sein Profil nochmal mit reinzunehmen, auch er eben, ne, alles defensiv, offensiv, zentrales Mittelfeld, seine Rollen, ähm, Vertrag muss noch bis 2027, und, äh, das wäre halt vielleicht Thema Laie oder sowas geworden, aber ist es dann am Ende des Tages nicht, Brian Kruda ist einer, der für Sommer wohl ein bisschen interessanter werden könnte, auch das berichtet eben die Bild, dass, ähm, wir interessiert sind und auch Wolfsburg dran sind, an dem, kann man ja schon so sagen, Shootingstar von Mainz 05, ähm, 19 Jahre alt, ähm, auch schon Deutschland U21 am Zocken, 9 Millionen Mark wert, ist eben Flügelspieler, Rechtsaußen, Mittelstürmer, Offensivwettbefeld, listet hier Transfermarkt.de, ein Tor, eine Vorlage, 15 Spiele gemacht für Mainz, also auf jeden Fall ein Hoffnungsreiger, bei denen auch noch Vertrag bis zum 26, da kriegst du jetzt nicht unbedingt eine billige Ablösesung, wenn man ins Tagesball raus, ähm, auch im Sommer nicht, ähm, ähm, aber, äh, vielleicht wirklich, wenn wir da dran sind, wäre auch wieder ein Zeichen, wäre, wäre sehr, sehr stark, also wirklich eins der größten Talente jetzt hier, und irgendwie auch wirklich ein Shootingstar in der Bundesliga, ähm, für Flügelpositionen und so Geschichten, ähm, dass, wenn der wirklich im Sommer Thema wird, dann wird natürlich in erster Linie auch vor allem nicht billig, ne, also wie gesagt, hat noch Vertrag, dann auch im Sommer noch Vertrag für zwei Jahre, ähm, aber krass, auch da wieder, welches Kaliber und wo wir da schon mittlerweile hingucken, Brian Kruder, wäre schon eine ziemliche Nummer, und auch er jetzt hier, könnte da vielleicht eine Rolle spielen, weil Kruder vielleicht eine Form von Ersatz wäre, für eben ihn, für Silas, zudem noch ordentlich Gerüchte aufkamen am Ende, Villarreal, ähm, kam, äh, kam auf, äh, ja, Gerüchte, auch da wieder irgendwie Laie und sowas, Kaufoptionen, dies, das, ähm, das wurde recht schnell schon von Ricky Palm, äh, dementiert, sag ich mal, ähm, und auch da wäre es wieder komisch gewesen, ne, der wäre La Liga 14. Platz, Villarreal, auch bei denen läuft es nicht wirklich so gut, dazu ist er noch mitten im Afriacup und sowas, das hält den Wechsel nicht auf, sind schon welche gewechselt auch während dem Afriacup, aber natürlich verkompliziert das, äh, alles nochmal, und eben auch noch so kurz vor dem Deadline Day, einen Tag vom, oder zwei Tage vor dem Deadline Day kam das dazu, ähm, aber auch da kam recht schnell von Sky, er ist glücklich beim VfB, will ihn wieder nicht wechseln, denn da geht nichts mit Villarreal, und dann kam nochmal Fullhelm auf, am Deadline Day, 1. Februar gestern, kam nochmal Fullhelm auf, ähm, die wollten, ähm, ja, Laie mit Kaufpflicht sogar, da ging es eigentlich um Optionen, so eine Kaufpflicht, Laie und danach eben Kaufpflicht im Sommer, für 15 Millionen haben die angebaut, haben die offiziell abgegeben, laut Sky und so weiter, ähm, und, äh, da stand auch kurz mit dran, dass Silas wohl Interesse hätte an so einem Move, aber es eben noch kein grünes Licht, äh, vom, vom VfB gab, auch da muss man eben gucken, inwieweit stimmt das, dass Silas wirklich da Bock drauf hatte, oder so, ne, ne, dass man sich, dass man sich zu solchen, ähm, dass man solche Aussagen dann tätigt, dass er Bock hätte auf den Move, ob, inwieweit das wirklich dann gestimmt hat, Ende des Tages, aber auch das zeigt, ey, da ist ein Markt da, für Silas, 15 Millionen, ist auch keine schlechte Summe im Sommer, äh, für den Silas, oder generell aktuell keine schlechte Summe für den Silas, da sind Interessenten da, und wenn Interessenten jetzt da sind, könnten sie auch im Sommer da sein, deswegen, ne, Thema Brian Kruder, wäre auch so ein bisschen die Rolle, ne, Flügelstürmer, kann auch vorne bis hin drin zocken, ne, vielleicht könnte dann sowas passieren, dass ein Silas uns tatsächlich irgendwie verlässt, und dann im Sommer dann Brian Kruder kommt, zum Beispiel, jetzt mal, ne, so, so weit gestrickt das Thema, auch bei Fulham, wäre es genau so ein Downgrade geworden, sag ich mal tabellarisch, auch die 14. in der Premier League aktuell, aber ey, ist halt immer noch Premier League, ne, jetzt sieht das immer trotzdem nochmal ein bisschen an, aber auch da kam dann raus, ganz klar, gab Gespräch zwischen Spielerseite, den VfB-Verantwortlichen, ne, Beratern, pipapo, ähm, dass sie sich einig sind, das Angebot nicht einzunehmen, Silas bleibt, aber, zeigt eben auch, auch da ist sein Profil nochmal, 10 Millionen Mario hat aktuell, 25 Jahre alt, Vertrag noch bis 2026, ähm, natürlich einige Spiele gemacht, aber eben vor allem nur, oder hauptsächlich viele von der Bank aus, trotzdem drei Tore, drei Vorlagen, ne, hat seinen Wert, hat seine Rolle hier im Kader, aber, zeigt auch, da war ein bisschen Interesse da, wahrscheinlich auch von Berater aus, oder von ihm aus, wie auch immer, ein bisschen Interesse da, vielleicht doch schon, wenn was, wenn ein geiles Angebot kommt, da vielleicht schon im Winter was zu tun, trotz Afriacup, wenn es nicht passiert ist, ne, aber wahrscheinlich da, in dem Sinne auch klar, weil wenn jetzt am Deadline-Day irgend so ein Fullhemd kommt, und sich die ganz Siders ausleiht, dann brauchst du ja da wieder Backup, ne, so im Normalfall, deswegen habe ich auch gesagt, ne, Quatsch, aber, vielleicht ist da ja vielleicht ein bisschen was Thema für Sommer, und sind es bei mir, auch da würde ich gar nichts gegen Silas, ne, super netter Typ, Fanliebling, alles, ähm, aber auch da ist mir aufgefallen, wie, in Anführungszeichen, ich sag mal, wie, wie, wie bereit ich wäre, tatsächlich auch ein Silas abzugeben, irgendwann fürs richtige Geld, ne, auch da ist immer das Klare, fürs richtige Geld, dann im besten Fall noch für einen, zu einem coolen Klub, ne, für den Spieler, dann eben, weil man Sympathie hat zum Spieler, ähm, aber natürlich erstmal für das richtige Geld, ähm, 15 Millionen, irgendwo in dem Bereich, fände ich gar nicht mal verkehrt, äh, für den Silas aktuell, weil auch da, vielleicht mache ich da auch unnötig runter, oder sowas, ähm, aber ein Silas, war natürlich überragend, vor allem in der ersten Saison, nach dem Aufstieg direkt, ne, ne, Shootingstar-mäßig, hat wahrscheinlich auch richtig viel Asche einnehmen können, im Sommer da, aber dann eben die Verletzungen, ne, wann waren das, irgendwann, April oder sowas, Mai, April oder so, 2021, danach eben Ewigkeiten raus gewesen, paar Spiele gemacht wieder, ne, reingefunden irgendwie, ohne jetzt irgendwie besonders geile Leistungen zu bringen, aber muss erstmal wieder reinkommen, auf so langen Verletzungen, und dann direkt wieder raus gewesen mit Verletzungen, das nächste, das zweite Comeback da, ja, keine Ahnung, also für mich gefühlt, ne, kann man gerne widerlegen, aber gefühlt stagniert Silas so ein bisschen, also ich sehe jetzt irgendwie keinen großen Unterschied zu dem Silas aus letzter Saison, oder sowas in der Form, im Abschluss vielleicht ein bisschen besser geworden jetzt, Beispiel bei Union, Gegenbeispiel das Ding, was er dann gegen, das war, das war es Dortmund, oder gegen Augsburg, gegen irgendwen hat das Ding auch wieder komplett über, übers, übers Tor gejagt, aus fünf Metern, also Abschluss immer noch ein bisschen Thema bei ihm, die, die Kaltschnäuzigkeit, aber sonst, ne, Kaderrolle, gerade macht es Nebeling gut, guten Werker, man kann auf rechts spielen, ist aktuell immer weiterhin noch so ein bisschen eher Bankspieler, ne, Einwechselspieler, wo er auch seine Wichtigkeit hat, mit dem Tempo und so weiter nochmal wichtig sein kann, aber so ein bisschen, keine Ahnung, den dicken Hype von 2021 ist ja klar, ne, mit den großen Verletzungen auch, aber den kann er irgendwie jetzt weitergehen, konnte den nie groß irgendwie bestätigen oder sowas, ne, also seine beste Phase beim VfB ist vorbei, schon seit drei Jahren, so jetzt übertrieben gesagt, von meiner Seite aus, ne, ein bisschen überspitzt formuliert, ähm, deswegen, um das kurz zu fassen, ähm, habe ich zumindest in mir gemerkt, wie groß tatsächlich die Bereitschaft da wäre, denn sie das dann auch abzugeben irgendwann, wenn eben das Geld stimmt, ähm, und dazu hast du eben auf der Person auch einiges, wie gesagt, Lebeling hast du da, Niong kann da spielen, und auch da ist Thema, man will ja Jugendspielern, ja, die Rolle geben, oder denen auch, ja, Perspektiven geben, dahinter ein Raimund, dahinter ein Raoul Paula und so Geschichten, ähm, wenn du da eben auf Dauer zwei, drei Bundesligaspieler hast, auf der Rolle vor denen im Kader, wird es auch für die schwer, auf Einsatzzeiten zu kommen, ähm, deswegen so auf, auf, auf Strecke gesehen, sag ich mal, auf Zeit gesehen, vielleicht im Sommer noch mal ein Thema, ähm, Silas, wäre ich gar nicht mal so 100% abgeneigt, ne, wie gesagt, Fanliebling hin oder her, bin ich auch voll dabei bei dem Thema, ähm, aber wenn die richtige Ablösesumme kommt, ist das vielleicht echt ein Thema, wo dann vielleicht was passieren könnte im Sommer. Das Letzte noch, äh, wo nichts passiert ist und auch zum Glück nichts passiert ist, ist Hiroki Ito tatsächlich, das ist halt Quelle, äh, aus Japan, ne, kann ich jetzt nicht bewerten, wie, wie seriös die sind oder sowas, also auch kein, kein Kicker, kein SCN, einfach keine deutsche Quelle übernommen, sag ich mal, was für mich immer noch so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein Gütesiegel ist, oder ein Güte-Kriterium ist, wie auch immer, aber was da berichtet wurde, ist, dass Ito ein Angebot von Al-Nassar abgelehnt haben soll, ähm, eben Saudi-Arabien, die soll immer gekommen sein, mit 25 Millionen, ähm, lag das Angebot, Ablösesumme, und auch eben mehr als 9,4 Millionen Euro pro Saison-Jahresgehalt. Hat Ito abgelehnt, Ito bleibt stabil, Maschine, geiler Typ, aber auch echt heftig, wenn das stimmt, dass einfach, einfach, ja, ein Klub aus Saudi-Arabien kommt, und Ito da 10 Millionen, äh, Gehalt auf den Tisch legt, und es 25 Millionen gibt, ähm, im Zweifelsfall hätten wir wahrscheinlich auch noch, die Ausstiegsklausel gezahlt, weil die hat er ja, ähm, irgendwo im Bereich, an die 30, glaube ich, berichtet, irgendwie 27, 28, 29, 30 Millionen, irgendwie irgendwo in dem Bereich, das heißt, da wäre auch kein großer Sprung mehr gewesen, von den 25 Millionen zur Ausstiegsklausel hin, ähm, deswegen echt krass, auch wie, wie begehrt ein Ito ist, und zeigt vielleicht auch nochmal, ähm, was bei ihm auch drin ist, transfermäßig, 12 Millionen Markweit aktuell, 24 Jahre immer noch jung, ne, Vertrag bis 27, äh, eben diese Ausstiegsklausel mit drin, da schon ein Happen, ein Happenkohle, und eben vor allem auch das Gehalt, ne, 10 Millionen da von Al Nassau aus Saudi-Arabien, aber da, so hätte ich ihn auch eingeschätzt, und bin auch sehr froh, das so zu lesen, selbst wenn es am Ende des Tages nicht 100% stimmt, oder der Bericht nicht 100% seriös war, aber trotzdem auch mir, würde ich das bestätigen, ähm, wie ich einen Ito sehe, ähm, sehr, sehr clever im Kopf, und logisch denkend im Kopf, dass er sich eben, auch das, was er so berichtet, auf den europäischen Fußball fokussieren will, in seiner besten Zeit, ist ja klar, 24 Jahre alt, der wird auch ein Thema werden, im Sommer, oder in den nächsten Transferfenstern, wenn er das weiter so performt, ähm, wenn er zurückkehrt nach dem ASEA Cup, und wieder eine Rolle spielt bei uns, dann eben, wird auch der ein Thema werden, für größere Klubs, ähm, wurde er ja auch schon, aber bisher eben immer geblieben, ähm, sehr stabil, Hiroki Ito, nix da mit Saudi-Arabien. Dann kommen wir zu offiziellem, natürlich vor allem auch dem Deadline-Day, das erste aber nicht Deadline-Day, sondern Yannick Keitel, ähm, auch der schon oft angesprochen, ist sowieso schon quasi im Kopf abgehakt, dass der kommt, aber auch von der SN nochmal wurde bestätigt, das Ding ist jetzt offiziell fix, fehlt halt noch die offizielle Verkündung vom VfB, zu ihm kommt im Sommer ablösefrei, ähm, vom SC Freiburg, der Vertrag soll mindestens bis 2027, ähm, laufen, und, ähm, auch zu ihm nochmal kurz, 4 Millionen Mark wert, 23 Jahre alt, ähm, defensives Mittelfeld, Innenverteidiger kann er auch wohl zocken, und zentrales Mittelfeld, ähm, also auch da schon quasi der, der Backup für Stiller, Karas und so weiter, aber eben erst für Sommer, ähm, Vertrag auf eben im Sommer aus bei Freiburg, ähm, ja, kennt man auch so 21 von Deutschland, ähm, also auch da kein unbeschriebenes Blatt auf jeden Fall, und da, auch nochmal ein bisschen was Neueres zu ihm vielleicht noch, ähm, hat der Kicker berichtet, dass wir auch schon im Winter versucht haben, ihn zu holen, ähm, für 800.000 haben wir angeboten, aber Freiburg hat, äh, abgelehnt, wollen ihn wohl wirklich noch ums Verrecken als Kaderspieler behalten, ist ja auch in Ordnung, ist ja deren gutes Recht, der verlieren sie halt im Sommer ablösefrei, weil bei Freiburg hat er gezockt, vier Spiele hat er gemacht, paar Minuten bekommen, also ist kein Stammspieler bei Freiburg, ähm, aber trotzdem Freiburg irgendwie weiterhin drauf gepocht, den halt zu halten, ähm, das nächste ist Mangala, ein Ex-Spieler, auch den schon öfter angesprochen, weil es so um einen Transfer geht, ähm, da wurde auch schon berichtet, ähm, dass wir wohl so, ja, 1,5 Millionen Weiterverkaufsgebühr und 2 Millionen Boni erhalten, ähm, für Mangala, den wir abgegeben hatten, an Nottingham Forest, und da kann man mal ein kleines Danke schon an Sven Missnetat, aussprechen, weil der eben diese Klauseln ja eingebaut hat, äh, die Weiterverkaufs, äh, Klausel in unserer Geschichte, nicht nur bei ihm, auch bei anderen Spielern, ähm, dann gab es viel hin und her, viel, viel hin und her, jetzt gehe ich mal auf die letzte offizielle Info von Sky von Blättenberg, äh, ein, da geht es nämlich um 6 Monate Laie zu Olympique Lyon von Mangala, ähm, und wenn man alles zusammenrechnet, also Laiegebühr, ähm, ja, mögliche Add-ons und eben die, ähm, Ablösung mit diesem Sommer sein wird, weil es ist keine Kaufunktion, sondern eine Kauppflicht im Sommer, ist das wohl ein Paket von 35 Millionen Euro, komplett alles insgesamt, ähm, ähm, auch Kicker zum Mal, äh, ähm, aufgerufen, die sprechen hier von 2 Millionen Euro, die Mangala im VfB bringen könnte, also irgendwo 2 Millionen, 3 Millionen, irgendwo in dem Bereich kriegen wir es, weil wir eben, ja, äh, Klausel eingebaut hatten beim Verkauf zu Nottingham Forest, auch gut, nehmen wir immer gerne mit das Geld, 2 Millionen, 2 Millionen, 3 Millionen haben oder nicht haben, immer gut, ähm, und auch bei ihm muss man so ein bisschen die Frage stellen, ähm, generell bei Lior ganz wild, noch ein bisschen mehr getätigt auch, die stecken auch tief im Abstiegskampf, Platz 16 in der Liga A, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, also auch da so ein bisschen die Frage, ne, wie jetzt bei dem Silas, der womöglich zu Platz 14 in die Premier League wäre, oder zu Platz, ich glaube auch 14 in Spanien oder sowas, jetzt geht er zu Platz 16 in der Liga A, da ist wahrscheinlich echt, keine Ahnung, das Thema Geld und whatever, irgendwie doch wie immer mal wichtiger als irgendwie, weil ich glaube, Nottingham ist ja auch sogar in der Premier League noch ein bisschen besser unterwegs, ähm, als das jetzt hier bei in der Liga A, Lior muss da echt irgendwie ziemlich viel Scheiße bauen, gerade ist er eigentlich eher ein Top-Klub in Frankreich, aber den zieht's dort hin nach Frankreich, und da ist der Spieler, den ich, ich sag mal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen unnötig angeteasert habe, weil es ist klar, um wen es geht, wie vorhin gesagt, was im Mittelfeld passiert ist, den Spieler geholt haben und sowas, ist ja logisch, dass es hier um Mahmut Dahoud geht, da kamen auch schon Gerüchte auf einen Tag vorm Deadline-Day, dass wir den wohl haben wollen von Brighton, Leihme-Kaufoption, Wolfgang und Hoeneß pushen, wollen ihn haben, und Dahoud war wohl auch schon recht früh dann eben, offen für eine Rückkehr in die Bundesliga, dann natürlich Verhandlungen, dies, das, ist ja auch ganz klar, dann irgendwann auch das Here-We-Go von einem Fabrizio Romano, Leihme-Kaufoption, also keine Kaufpflicht, eine Kaufoption im Sommer, auch er direkt berichtet von ca. 9, 10 Millionen in dem Bereich, auch das haben dann Sky und so weiter berichtet, Hoeneß hat wohl mit ihm telefoniert und ihm den Transfer schmackhaft gemacht, passt ja auch irgendwie, auch schon ein Undaf wurde aus Brighton geliehen, wo ja auch ein Hoeneß auch schon mal kurz war, da zur Visite, sag ich mal, Philipp Meisel hier von uns, SDN, SDZ, hat geschrieben von auch genau selbe eben, Leih-Kaufoption, er schreibt von 8,5 Millionen, Kaufoption plus eben mögliche Add-ons und dann kannst du wahrscheinlich damit eben auf die 9 oder 10 Millionen gehen, also nachdem es hier wirklich von 2, 3, 4 Quellen quasi deckungsgleich berichtet wurde, können wir glaube ich sehr sicher davon ausgehen, dass die Klausel wirklich bei dem Betrag liegt, auch interessant, Mainz war wohl auch interessiert, aber Dahoud hat den Transfer zu uns bevorzugt, weil dann eben Mainz ja auch im selben Atemzug dann Amiri geholt hat von Leverkusen, ebenfalls Gladbach, Frankreich, Frankfurt und Beschick, das ist dann wohl auch interessiert gewesen sein an Dahoud, aber er wollte zu uns, sehr, sehr nice, Bild berichtet hier nochmal schön, schön Insider-mäßig davon, dass Hoeneß ihn per FaceTime-Anruf von einem Wechsel überzeugt hat, kann auch egal sein, ist da, er ist da, kam Deadline-Day dann schon morgens direkt das Ding fix gemacht, sogar der VfB diesmal, hui, habe mich gar nicht aufgefallen bisher, aber der VfB ist eigentlich eher so ein Klub, der nie was von Kaufoptionen schreibt und nix, aber sogar diesmal haben sie zugeschrieben, Vertrag bis 13. Juni 2024, anschließend besitzt der VfB eine Kaufoption, ich glaube gefühlt das erste Mal, also VfB von sowas berichtet, offiziell als Klub, aber wie gesagt, durch die Medien war es ja sowieso schon klar, aus seinem Profil, 28 Jahre alt, hat schon für Deutschland zwei Länderspiele gemacht, 14 Millionen Mark wert aktuell, eben ausdehend von Brighton, außer Premier League kam da auf neun Einsätze und eine Vorlage, eben da nicht wirklich, also nicht annähern Stammspieler, maximal Ergänzungsspieler so ein bisschen bei Brighton, deswegen auch da natürlich wichtig für ihn, wieder mehr Spielpraxis zu bekommen, ist damals ablösefrei von Dortmund zu Brighton, eben im Sommer, also schon nach einem halben Jahr, jetzt der Wechsel zu uns zurück, davor bekannt natürlich von Gladbach, wo es dann für 12 Millionen Zusitzenden zu Dortmund ging, also auch Bundesliga erfahren, Bundesliga bekannt, der wird sich sofort einfinden, dass sich gar kein Problem, Bundesliga, dazu, haben auch einige generell ja sehr viele Deutsche im Team, auch in der Startelf immer wieder, auch da wird er sich locker einfinden, wenn Hoeneß und sowas Bock hatten, ist das für mich sowieso auch immer direkt ein sehr, sehr gutes Zeichen, Mo Dahoud sehr, sehr ordentlich und auch da vorhin schon angeteasert und angesprochen, Thema Kaliber, was wir uns da raus suchen, hätte es auch wieder irgendein gut, wäre auch eine mögliche gewesen, auch sowas hätte durch die Decke gehen können, klar, irgendein Talent wiederholen, irgendeinen 18-Jährigen holen oder sowas, jetzt holst du halt einen Gefestigten, damit wirklich einen Hasso, du weißt, den hole ich und der funktioniert sofort, jetzt hast du da im Mittelfeld, Karasor, Stiller, Dahoud für die zwei Positionen, auch da wird interessant, wie schnell kann sich Dahoud vielleicht sogar möglicherweise in eine Startelf spielen, am ehesten noch als direkter Konkurrent zu Stiller, würde ich ihn mal sehen, eher noch als zu Karasor, habe Dahoud schon einen Tacken offensiver noch im Kopf als einen Karasor und das ist schon ordentlich, dazu kommt auch ein Mio, der das ja auch zocken kann, ist ja auch ganz klar, dass er auch wieder top getan hat gegen Leipzig, eben so aushilfsmäßig, das ist schon ordentlich, für die Position, so einen Kader zu haben, ist sehr, sehr stark und auch da wieder, du bist völlig, ja, völlig, völlig, völlig entspannt bei dem Transfer, du hast eine Leihe, ich weiß gar nicht, wurde berichtet von einer Leihgebühr, ich glaube nicht, Gehalt, klar wird auch nicht wenig sein, bei Brighton, aber es ist ja eben auch ein Gehalt für ein halbes Jahr, nicht für das komplette Jahr, plus auch da, wenn wir es bei Nübel geschafft haben, da auf ein bisschen was runter zu gehen, also dass er auf ein bisschen was verzichtet, der Nübel, was ich glaube bei der Hut auch ähnlich sein, ich glaube dazu gab es tatsächlich noch gar keine Berichte, zu dem Thema Laie und so Geschichten, und dann eben ist eine Laie mit Kaufoption, es ist keine Pflicht im Sommer, wenn er jetzt nicht funktioniert, was wir uns nicht wünschen, wir hoffen, dass er funktioniert, aber wenn er jetzt nicht funktioniert, geht er halt zurück nach Brighton im Sommer, du hast gar keine Verpflichtung, nichts, also wirklich ein Top-Deal auf jeden Fall, richtig Bock da drauf auf Moda Hut, mal gucken, wann er die ersten Minuten bekommt, das könnte ein sehr, sehr guter Deal sein, am Ende des Tages, und eben für die Breite im Kader auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, und dann eben auch einer, ja, einer eigentlich mit grundsätzlich, wenn er eben wieder in Form ist und viel spielt, auch mit fast eigentlich Startelf-Ambitionen auf jeden Fall, im Kader, als weitere Optionen zu stillen und Karasor, das ist schon sehr, sehr ordentlich, habe auch in dem Atemzug mich gewagt daran, Kollegen und sowas zu schreiben, boah, wie geil läuft es eigentlich beim VfB, und dann war klar, dass was kommen muss, es war klar, dass was kommen muss, und es kam dann was, nämlich Zagadu-Saison aus, das wurde berichtet, am Abend vor dem Deadline-Day, recht spät noch, von Fußball News, hier von Christopher Michel, dass er sich schwer am Knie verletzt hat, im Training, und dass das wohl bis zur Saison ausgehen könnte, dann ein paar Berichte mehr, und dann die offizielle Meldung vom VfB, eben am Donnerstag, am gestrigen Donnerstag, am Deadline-Day, dass er sich am Mittwoch im Mannschaftstraining eine Außenbandverletzung und ein anderes des Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen hat, und damit für den Rest des Saison ausfällt, und gut, kannst du vielleicht auch so formulieren, mindestens für den Rest des Saison ausfällt, also wieder eine sehr, sehr happige Verletzung, Krapen, Zagadu, das tut halt brutal weh, der war brutal wichtig, bester Kopfballspiel der Liga, wenn ich es richtig im Kopf habe, von der Quote her, Kopfballduelle und so weiter, große Wichtigkeit, glaube ich auch im Kader, einfach als witziger Typ, als geiler Typ, immer besser reingefunden, nachdem er jetzt ablösefrei dann, oder ablösefrei, also offiziell ablösefrei kam, hat er ein bisschen reingefunden, ein bisschen Zeit gebraucht, nicht wirklich Stammspieler gewesen, diese Saison so richtig durchgebrochen, richtig Stammspieler, richtig wichtig geworden, richtiger Brocken hinten drin, weniger fehleranfällig, und jetzt dann eben direkt wieder eine Verletzung, hat er eh schon geplagt, auch deswegen, mehr oder weniger auch deswegen bei Dortmund den Vertrag nicht verlängert, weil er eben auch so unsicher war, in Sachen Verletzungen und so, dass es einfach ein großes Thema ist, und jetzt kommt sie wieder, die nächste große Verletzung, der ist ja immer noch sauer jung, 24 Jahre alt, und gefühlt, nicht richtig im Kopf, aber gefühlt schon drei große Verletzungen, das tut sehr, sehr weh für Zagadur, für uns natürlich auch, weil er brutal wichtig ist, und ja, dann kam natürlich direkt daraus auch die Folge, machen wir noch was, macht der VfB noch was, bei Zagadur für die Verletzung, Backup zu holen, da der erste war Mason Holgate, der angesprochen wurde, der jetzt auch ein Move bekommen hat, aber eben nicht zu uns, 27 Jahre alt, Innenverteidiger, England, spielt in England, ist England da, so rum, beides genau dasselbe, bei Everton, und ist nun ausgehend worden, zu Sheffield United, was dann glaube ich, ist das immer noch Erste Liga, ja ne, zu Sheffield United ausgeliehen worden, da waren wir wohl auch kurz interessiert, gab es kurz eine Quelle zu, aber recht schnell, dass Dementi auch von Sky und so weiter, dass da nichts passiert, bisschen enger wurde es wohl, so wie es zumindest berichtet wurde, und auch von der L'Equipe, der auch ganz gut ist, ja in Frankreich, bei Lilian Prassier, wenn man so ausspricht, keine Ahnung, Franzose, und der ist eigentlich auch ein perfektes Beispiel dafür, für das Thema, was ich immer wieder hatte, in den Newsfolgen, selbst die kleinsten Gerüchte mitnehmen, selbst die kleinsten Geschichten mitnehmen, Namen nennen, falls sie nochmal aufkommen, denn den habe ich auch schon mal genannt, da gab es auch irgendwie mal eine Geschichte, dass wir vielleicht im Sommer interessiert sein könnten, weil er dann noch ein Jahr Vertrag hat, noch bis 25, und damit eben im Sommer ein bisschen günstiger zu haben wäre, ist 24 Jahre alt, Franzose, spielt auch in Frankreich bei Start, Brest in der ersten Liga, acht Millionen Marktwert, der Kollege, ja, Innenverteidiger, Linksverteidiger, quasi auch so profilmäßig Zagadou, Linksverteidiger kann ja auch zocken, oder linker Innenverteidiger auf jeden Fall auch, ja, zockt da auch regelmäßig in Frankreich, 17 Spiele, sogar ein Tor gemacht, interessanter Mann, auch noch jung, also geht noch in das Raster Talent mit rein, sag ich mal, kam von Start Rennen 2021, für 1,75 Millionen zu Start, Brest und eben seitdem dort, und da hat man wohl Interesse, den Mann zu holen, Laie mit Kaufpflicht sogar, wurde hier berichtet, die inklusive Bonus rund 8 Millionen Euro erreicht hätte, wurde abgelehnt von, ja, von Start Brest, wahrscheinlich wollten die eher einen direkten, fixen Transfer, wenn dann, weil aktuell wird das so, so viel mit Kauf, mit Laie und Kaufoptionen, Kaufpflicht und sowas geregelt, wahrscheinlich wollen auch einfach ein paar Vereine einfach, wenn, wenn das schon geht, dann will ich das Geld jetzt haben, weil jetzt habe ich, sonst ist er ein halbes Jahr weg, und danach haben, danach kommt erst das Geld, so von dem Ding her, wurde er berichtet, und das auch schon, sofern er 50 Prozent der Spiele bestreitet, die möglich gewesen wären beim VfB, aber wie gesagt, wurde wohl abgelehnt, das Ding aus Sky hat berichtet, dass wir das eben gemacht haben, oder angeboten haben, sechs Monate Laie mit Kaufpflicht, aber wie gesagt, wurde abgelehnt, das ganze Thema, aber zeigt auch da, gut, Holgate wäre jetzt das Gegenbeispiel gewesen, mit 27 bisschen älter, wäre vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung Soforthilfe gegangen, wobei auch Holgate nicht so regelmäßig gespielt hat, bei Everton, soweit ich weiß, aber er, Brassier, wäre genau das Thema gewesen, wieder jung, jung auffangen mit einem, mit Talent, der aber trotzdem auch so ein bisschen eine Sofortverstärkung sein könnte, spielt ja auch oft da in Frankreich, Stammspieler mehr oder minder bei denen, deswegen, das zeigt auch in die Richtung, in die es gehen soll, Sofortverstärkung, aber mit Potenzial nach oben, in das Regal so ein bisschen zu gucken und ein Name noch zur Vollständigkeit, der noch genannt wurde, auch hier wieder von Fußball News, vom selben Kollegen von vorhin, ist Mikael Fayet, also er hat nun geschrieben von Fayet, Barcelona B, und das ist der, der da aufploppt, deswegen tippe ich immer, dass der war, Innenverteidiger, wie gesagt, Barcelona 2 quasi, 1,5 Millionen Mark wert, ja, 19 Jahre alt, spielt da, würde ich mal tippen, Stamm oder Faststamm, 17 von 21 Spiele gemacht, das wäre wieder die Schiene, komplett Talent, Talent, Talent gewesen wahrscheinlich, in dem Alter, und auf Vertrag bis 2027, aber zudem gab es dann auch gar keine weitere Qualität, ich glaube, das hat nur er genannt, und dann wurde schon recht schnell klar, auch schon recht früh, die News, natürlich hat noch immer noch irgendwas passieren können, der DNDs sind immer wild, aber ist nichts mehr passiert, und schon recht früh kam die News, der VfB macht nichts, und fängt das eben selber auf, mit dem, was man hat, man hat volles Vertrauen eben, in den Kader, hat auch hier nochmal, Dennis Bayer von Sky berichtet, Anton Ituro hat der VfB, drei Innenverteidiger mit Startelf-Qualitäten im Kader, Stergio als Herausforderer, auch Stenzel und Karasso haben dort schon gespielt, die Führung hat volles Vertrauen in die bestehende Gruppe, und das passt ja, also würde ich auch voll mitgehen, klar, Sagadu kannst nicht 1 zu 1 ersetzen, sowieso nicht, aber bevor du, das wäre das Einzige, was wir hätten das machen können, irgendeinen Schnellschuss machst, wahrscheinlich war der Versuch bei Brassier, weil man ihn schon mal auf der Liste hatte, zumindest, ich schon mal genannt hatte, hier in den News, deswegen hat der VfB den auch irgendwie schon mal auf irgendeiner Liste haben, und eben nochmal aufgewärmt haben, den Kontakt zu ihm, aber an dem das nicht geklappt hat, wird wahrscheinlich auch gesagt, komm, wir fangen das lieber selber auf, als jetzt irgendeinen unnötigen Schnellschuss zu machen, irgendwas Verzweiflung, irgendeinen Verzweiflungsakt zu machen, und ey, vom Ding her, hast du Anton Ituro auf jeden Fall, Stenzel genauso, außen hast du Mittelstädt, außen hast du Wagnoman, ja, Stergio hast du dabei, Karasso kann das da hinten auch zocken, da ist der Kader auf jeden Fall breit genug, was das angeht, und was auf jeden Fall der Fall sein könnte, kommen wir später bei Freiburg drauf zu sprechen, ist, dass er natürlich jetzt vielleicht eher wieder auf eine Viererkette geht, damit er eben nur zwei Innenverteidiger auf dem Feld hat, statt eben drei, wenn jetzt eben so ein bisschen da die Kaderbreite fehlt, weiter geht es natürlich dann auch mit Chris Führig, Chris Führig hat verlängert, auch da stand es schon sehr, sehr lange fest, er war schon sehr, sehr lange berichtet, dann kam klar, oder wurde klar, dass diese Woche der Vollzug gemeldet wird noch, was dann geschehen ist, auch wieder am Deadline-Day, auch bei ihm wieder das Thema rund um Ausstiegsklausel und so weiter, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, erstmal ganz wichtiges Zeichen, bis 2028 verlängert, auch er, wie bei einem Mio zum Beispiel, war der Vertrag bis 2025 gültig, jetzt bis 2028 vorzeitig verlängert, auch bei ihm sehr, sehr geil eben, dass er vor der EM verlängert hat, auch das sehr, sehr stark, hätte sich ja nochmal Zeit lassen können, bis Sommer gucken können, kommt irgendwer, kommt der nächste große Move, nee, hat er nicht gemacht, sondern jetzt schon direkt vor EM und so weiter, ist ja der Nationalspieler von uns aktuell, gucken, ob er zu EM fährt, muss man noch abwarten, aber er hat schon mal gespielt bei der Nationalmannschaft, nominiert worden, deswegen auch da so ein starkes Zeichen, auch bei ihm sind es bis zu 28, Mio auch bis zu 28, Anton 2, 27, noch ein Jahr kürzer, aber das sind alles schon auf jeden Fall Statements, auch gute Längen eben, auch hier nochmal drei Jahre verlängert, über 25 hinaus, sehr, sehr stark, absolute Stammspieler, in jedem Spiel gezockt, fünf Tore, ich glaube sechs Vorlagen dazu noch in 19 Spielen, sehr, sehr wichtig, sich sehr, sehr gemacht, nach ein, zwei Jahren Anlaufzeit, sage ich mal, von Paderborn damals, so ein bisschen als González-Ersatz, Führig, Verlängerung, sehr, sehr geil, natürlich das Thema Ausstiegsklausel, ja, kam jetzt im Bericht dann von der BILD, ich glaube die einzigen, die das bisher irgendwie in den Raum geworfen haben, dass wohl die Ausstiegsklausel in dem Bereich liegen soll, also ein bisschen mehr als sein Marktwert, und sein Marktwert liegt eben aktuell bei 17 Millionen, bei Führig, deswegen wurde da ein bisschen berichtet von, ja, ein bisschen mehr als 17 Millionen, also vielleicht in der Region von 20 Millionen oder sowas und auch da natürlich wieder Klauseln und so Geschichten, die sich wieder ändern könnten mit Champions League, Europa League Teilnahme und so weiter, Gehalt natürlich in erster Linie ist sowieso hoch, von 1,5 Millionen auf 2,5 Millionen wohl hoch, also mit einer der Bestverdiener wahrscheinlich beim VfB, was ja auch logisch ist, das ist ja auch mit einer der Besten beim VfB-Stammspieler, ist ja klar, noch da wahrscheinlich vielleicht nochmal eine leichte Erhöhung, wenn du Champions League oder Euro League spielst, in der Klausel geht vielleicht noch ein bisschen was hoch oder vielleicht wird es teurer, wenn du Champions League spielst, Europa League spielst, wobei du eben beim Thema Klausel da noch ein bisschen mehr Unklarheit hast, als vielleicht noch bei einem Anton, bei einem Ion und so weiter, da wurde auch darüber berichtet, von Klauseln, aber die einzigen, die bisher von einer Ausstiegsklausel berichtet haben, bei Führig ist die Bild mit eben Bezug auf Marktwert und ein bisschen höher als das, STN hat auch Bericht natürlich logischerweise von der Verlängerung, aber nicht von einer, ja, nicht von einer Ausstiegsklausel, schreiben davon nicht, also sie schreiben nicht, sie schreiben nicht, dass es keine gibt, sondern sie schreiben einfach nicht mit rein das Thema Ausstiegsklausel, dazu gab es nichts zu berichten, und auch der Kicker, genau das gleiche, die haben auch nicht geschrieben, dass es keine Ausstiegsklausel gibt, aber sie haben eben auch nicht geschrieben, dass es eine gibt, also das ist ja die einzige Quelle, was das angeht, deswegen mal gucken, ob da in Zukunft irgendwann noch ein bisschen mehr dazu rauskommt, ich kann es mir auch fast nicht vorstellen, dass Führig keiner hat, das ist einfach gang und gäbe mittlerweile, kann mich gleich nochmal drauf zu sprechen dann, aber ja, Bereich Marktwert und ein bisschen höher ist natürlich ein bisschen schade, ein bisschen mehr erhofft man sich da immer in Sachen Ausstiegsklausel, aber auch da zu Führig und generell zu Ausstiegsklausel, die ich auch gleich nochmal komme, ist ganz, ganz klar, immer besser zu verlängern, als nicht zu verlängern oder besser zu verlängern mit Ausstiegsklausel, als ohne Ausstiegsklausel und ohne neuen Vertrag weiterzumachen, weil Führig, Vertrag bis zu 25, wenn da im Sommer einer kommt, Marktwert 17 Millionen und da kommt einer im Sommer, sieht cool, ich will den haben, cool hat nur noch einen Jahresvertrag, dann kriegst du keine 17 Millionen mehr für einen Führig, selber ein Mio, wenn der im Sommer, wenn er nur einen Vertrag hat für ein Jahr und im Sommer kommt ein Klub bei Interesse, kriegst du auch nicht mehr unbedingt den Marktwert, den er hat oder jetzt auch die Ausstiegsklausel, die er hat und deswegen in dem Sinn immer besser zu verlängern und es ist eben leider aktuell oder heutzutage gang und gäbe, gerade bei so Leuten, die eben aufstrebend sind, die eben die nächsten Schritte auch mal machen könnten, besten Fall bei uns, also nächstes Schritt ist ja meistens dann Champions League, Europa League, Europäer spielen, danach natürlich größere Klubs und so Geschichten, prestigeträchtige Klubs, mehr Gehalt, Premier League, bla bla bla, dann nochmal nächster Schritt dann im ersten Schritt erstmal weiterentwickeln im Sinne von sportlich und das kann auch bei uns schon reichen, Europa League, Champions League und so weiter, muss man auch da sagen, kommen wir gleich drauf zu sprechen zum Thema Ausstiegsklausel so ein bisschen, nur weil die drinsteht, heißt das ja nicht, dass der dann sofort weg ist, haben wir auch bei Gerasi gesehen, man kann ja trotzdem bleiben, trotz dessen, dass man einen in seinem Vertrag hat und auch hier dann hat man mal einen rausgeschrieben, was ja auch stimmt oder was ja auch berichtet wurde, im Sommer gab es ja wohl schon ein Angebot für Führig für 15 Millionen, was man abgelehnt hat, deswegen auch da in Richtung Ausstiegsklausel, um da ein bisschen Hoffnung zu machen vielleicht, wenn man im Sommer 15 Millionen abgelehnt hat, kann ich es mir irgendwie auch dann daraus folgend nicht so ganz, ganz, ja, glaube ich nicht so ganz dran, dass man dann ein paar Monate später eine Ausstiegsklausel von 17 Millionen reinschreibt, ne, Sommer lehnst du 15 ab, dann schreibst du aber eine rein für 17, ich glaube schon oder ich mache mir schon noch ein bisschen Hoffnung, dass die ein bisschen höher ist, die Ausstiegsklausel von Chris Führig und damit machen wir auch direkt weiter mit den Ausstiegsklauseln, da haben wir ja einige drin, das ist auch ein Thema, was ich immer interessant fand, wo ich auch schon mit ein paar Leuten darüber in Anführungszeichen diskutiert habe, geschrieben habe, wie auch immer, auch online viel gelesen habe, dazu Twitter, immer wieder Diskussionen über Ausstiegsklauseln und so weiter, Nummer 1 ist dann Axel Zagadou, der hat ja wohl eine Höhe von 15 Millionen, finde ich glaube ich auch recht in Ordnung für ihn, 15 Millionen, jetzt erst mal lange verletzt, ist das auch nochmal ein anderes Thema, auch die hätte natürlich gerne ein bisschen höher sein können, aber auch da muss man immer dran denken, zu welchem Zeitpunkt, also ich glaube, der hat ja keinen neuen Vertrag mehr unterschrieben, seitdem er eben geholt wurde damals und zu dem Zeitpunkt damals 15 Millionen reinzuschreiben, würde ich sagen, völlig in Ordnung, jetzt ist er leider erst mal raus mit Verletzungen, dann natürlich Seru Girasi, der jetzt auch eine hatte, wieder irgendwo 17,5 Millionen und dann auch im Sommer wieder eine haben wird, wohl mit 20 Millionen, bei ihm ist ganz klar, wenn man jetzt aktuell drauf schaut, ist logisch, dass das zu wenig ist, Marktwert 40 Millionen aktuell ist klar, aber auch da wieder Zeitpunkt, ein Girasi wurde fest verpflichtet, einen Tag vor der Relegation gegen den HSV, vor dem Hinspiel, da war noch nicht mal klar, in welche Liga es geht, ich glaube der Vertrag wäre auch sogar zweitiger fähig gewesen, aber da wäre er ja sowieso gewechselt, wahrscheinlich im Sommer für die 15 Millionen wäre es glaube ich damals gewesen, wäre er eh gewechselt, wenn statt an die Gazei runter zu wechseln, ist ja auch klar, aber da auch der Zeitpunkt, diese Ausstiegsklausel, 20 Millionen, jetzt im Sommer, 17 im Winter, wie auch immer, wurde ja nicht vor einer Woche reingeschrieben, als er 40 Millionen Marktwert hatte und die Liga zerbombt mit 17 Toren in 14 Spielen, die wurde reingeschrieben, einen Tag, bevor die zwei Duelle angestanden haben, die um den Klassenverbleib ging, so, da war noch nicht klar, in welcher Ligaspiel sie jetzt auch absteigen können, das war eine ganz andere Situation, Marktwert damals glaube ich auch noch, keine Ahnung, was waren das im Sommer, 10, 15 Millionen Marktwert, keine Ahnung, irgendwo in dem Bereich glaube ich, deswegen, also von dem her, da auch immer das mit reinnehmen, in den Bezug, wenn man drauf guckt, boah, wie kann man denn da 20 Millionen reinschreiben, weil die Gerasi ist ja viel zu wenig, ja, ist es, aber halt eben jetzt nur, weil er angefangen hat, die Bundesliga zu zerballern, seit Sommer, ne, auch das ist ganz klar, ähm, Hiroki Ito, das war ja auch einer haben, irgendwo in die Richtung von 30 Millionen, glaube ich, finde ich, in Ordnung, ne, 22 Millionen Marktwert, finde ich in Ordnung eigentlich, hätte es vielleicht nochmal erwünscht, nochmal, vielleicht nochmal 5 Millionen, 5 Millionenchen mehr oder sowas, vielleicht 35 oder sowas, wäre es schön gewesen, aber auch da muss man sagen, gilt für alle natürlich auch, du lässt dir ja als Spieler auch keine komplett unsinnigen Ablösesummen reinschreiben, der Sinn der Sache ist ja, für den Spieler, ich habe meinen Vertrag hier, ich habe ihn auch verlängert, ich kann bleiben, wie ich will, aber wenn ich wechseln will und ein geiler Klub kommt und so Geschichten, ähm, habe ich diesen Ausweg, dann habe ich diese Ausstiegsklausel, weil er muss ja mit dem Verein nicht verhandeln, die steht ja fest, da muss der Verein, der kommt, nur mit Spielern verhandeln und eben die Summe zahlen, ähm, das ist einfach ein geiler Ausweg für jeden Spieler, muss man ja auch so ehrlich sagen und dann wird sie ja kein Spieler da eine reinschreiben lassen, von der er weiß, ähm, die zieht kein Mensch, ne, dann muss sie ja in einem Bereich liegen, wo der Spieler weiß, die zieht vielleicht irgendwann mal einer und eben auch im Bereich liegen, wo der Verein sagt, könnten wir auch mit leben, ähm, ne, über freie Verhandlungen würden wir vielleicht noch ein paar Millionen mehr rausholen, aber wenn es so kommt, wäre es auch nicht schlimm und das ist, finde ich bei Ito genau der Fall, wenn du für den 30 Millionen kriegst per Ausstiegshause, wie gesagt, frei verhandelt, kriegst du vielleicht noch 35 oder sowas und vielleicht ein bisschen mehr, aber wäre jetzt auch kein, kein kompletter Untergang, auch bei ihm, auch bei einem weiteren, die jetzt noch kommen, muss man ja auch sagen, das ist ja so oder so, hilft dann auch keinem, eines Tages, wenn irgendwer billiger geht, als er müsste, ne, ist klar, aber es wäre ja so oder so, bei jedem wahnsinnige Profite, Ito, Gesamtpaket Ito sind 500.000 gewesen, 100.000 Leihgebühr, 500.000 fest verpflichtet, wenn der irgendwann für 30 geht, wäre das ja absoluter Vollwahnsinn, ne, in der Entwicklung, auch ein Führig hast du geholt für, was waren es, zweieinhalb oder sowas in die Richtung, ein Gerasi hast du auch für neun geholt, auch da wären 20 besser, klar, da nochmal ein extra Fall, weil er eben jetzt aktuell so einen hohen Marktwerk hat, da wäre es natürlich am, am bittersten, äh, Zagadou, gut, hast du offiziell ablösefrei geholt, da hieß es ja auch, um, um, um Handgeld und so Geschichten, aber auch da wirst du ein bisschen Profit rausholen, auf jeden Fall, ähm, und auch der nächste, Enzo Mio, auch der geholt, 1,75 Millionen aus Monaco, und da soll ja auch wohl eine drin sein, da ist ein bisschen Unklarheit, da schreiben auch manche eben, äh, rund um die 25 Millionen, also halt, auch wieder Thema Marktwert, so in dem Bereich, ähm, ähm, was natürlich schade wäre, da würde ich mitgehen bei Mio, weil der eben auch recht frisch gemacht wurde, der, der, die Verlängerung, fände ich schade, bis zu 28 Vertrag, wenn ein Mio tatsächlich nur 25 Millionen hätte, ist auch nicht wenig Geld, ist ein riesen Batzen, ist auch ein riesen Unterschied, so ein 1,75, die er damals, die wir damals geholt haben aus Monaco, aber bei ihm hoffe ich eher noch auf diese eine Info da, von Transfermarkt.de Foren und so weiter, von 40 Millionen oder irgendwas mehr halt, ne, wirklich detailliert oder ganz klar festgestellt, als Krieg wurde ja auch keiner, ne, da hieß es ja immer in dem Atemzug von Anton auch, weil ja beides, äh, quasi mehr oder minder zeitgleich passiert ist, äh, die Verlängerung, oder zumindest die Berichte darüber, ähm, dass es da, ja, 25 Millionen und mehr, war ja zum Beispiel der Wortlaut beim Kicker, wenn ich es richtig im Kopf habe, deswegen hoffe ich bei Mio einfach mal auf den Wortlaut und mehr, weil auch 35 Millionen fällt ja in den Bereich von und mehr, ne, und mehr als 25, also da würde ich mir schon auch wünschen, ähm, dass es da eine höhere Summe ist, weil, gut, muss auch mal gucken bei Mio, hält er den Marktwert, wie entwickelt er sich, aber der ist so jung, 21 Jahre alt, Frankreich U21, so eine gute Rolle bei uns, auch wieder bockstark gespielt gegen Leipzig, das wäre der eine, wo ich auch mitsagen würde, wie mit Gerasi, Gerasi nochmal ein anderes Thema, weil der eben im Sommer schon kam, und eine ganz andere Ausgangslage war, wo die eingebaut wurden, die Ausstiegsklauseln, bei Mio jetzt mittendrin aktuell, fände ich sehr, sehr schade, wenn es wirklich stimmt, wenn er in Anführungszeichen nur 25 Millionen wäre, da würde ich mir schon ein bisschen einen höheren Wert erhoffen, mal gucken, ob da irgendwas noch näher kommt, irgendwann ein bisschen detaillierter kommt, ähm, zu seiner Ausstiegsklausel, Anton, schon genannt, ähm, auch verlängert, ähm, 10 Millionen Marktwert, die 25 Millionen, bei dem halte ich für, ohne da jetzt Anton schlecht zu reden, utopisch, sehe ich überhaupt nicht, warum die irgendwer zahlen sollte, deswegen in dem Sinne eine gute Ausstiegsklausel, weil die für mich gefühlt eine ist, die kein Mensch zieht, ne, hat 10 Millionen Marktwert, ist 27 Jahre alt, auch schon einen Tacken älter, ne, das zieht kein Mensch, glaube ich, in Anton, ja, glaube ich nicht dran, dass es irgendwer macht, für 25 Millionen, Anton ist so ein bisschen ein Thema wie ein Endo, der hat für uns sicherlich einen Wert, eine Wichtigkeit, Kapitän und so weiter, wie 25 Millionen, ne, Endo ja auch im Sommer für 25 gegangen, äh, oder für rund um die 20 gegangen, ähm, die, die ja auch offiziell nicht wert war, weil, ne, Marktwert war, glaube ich, auch irgendwo bei 10 oder sowas in die Richtung, nur noch ein Jahr Vertrag, haben auch wirklich sehr, sehr gut Kohle bekommen, ähm, ich glaube da immer noch dran, dass es so ein bisschen auch, ja, einfach nett gemeint, gut gemeinte Kohle war auch von Liverpool im Sinne, und wir wissen genau, was wir euch hier gerade aus dem Herz reißen, ne, wie wichtig der ist, und da hast du wirklich auch Geld bekommen, für die Wichtigkeit vom Spieler, ne, diese 20 Millionen oder ein bisschen mehr mit Boni, die es da waren bei Endo, und so, so wäre es auch bei Anton, äh, der hat bestimmt in sich die Wichtigkeit von 25 Millionen, aber nicht den Marktwert von 25 Millionen, wenn du verstehst, was ich meine, deswegen auch da, wirklich eine sehr, sehr gute Ausstiegsklausel, finde ich, bei ihm eingebaut, und dann eben Chris Führig, da muss jetzt eben abwarten, ähm, was da jetzt genau rauskommt, wie gesagt, nur von einem Medium wurde da ein bisschen berichtet, von den 17 Millionen Marktwert, auch da glaube ich nicht dran, das wäre so Mio-mäßig, ich glaube eher, dass da auch der ein bisschen höher liegen wird, äh, Chris Führig, ähm, ähm, ich glaube nicht daran, dass da keine hat, ich glaube schon, dass da eine haben wird, aber ich denke mal schon, dass die, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen höher ist, aber hier so ein bisschen auch mal meine, äh, Meinung zu den Ausstiegsklauseln, auch ein bisschen einfach generell Meinung dazu, wie gesagt, ist halt einfach, musst du halt machen, leider als Verein, wir sind auch aktuell noch, dass der Punkt vielleicht noch, auch noch nicht in der Lage, dass du halt ein Champions League, Europa League Klub bist, über Jahre, ne, kann passieren, dass du nichts ja wieder auf Platz 14 endest und sowas, und dass dann Spieler weg wollen, Spieler, die Entwicklung machen, Spieler dem Verein entwachsen, in Sachen Entwicklung, in Sachen Leistung und so weiter, ist dann eben auch gegeben, sehen wir uns ja jedes Jahr, die Top-Spieler wechseln halt aus solchen Clubs, wie bei uns, oder Abschiedskampf, Mittelfeldklub im Bundesliga, wechseln sie halt weg, ist ja logisch, und dann ist klar, dass sie in so einem Aufwind, sich dann solche Ausstiegsklauseln trotzdem einbauen lassen, aber auch da, und es abzuschließen, Thema Gerasi auch, heißt nicht, dass sie gehen, ne, Gerasi hatte jetzt schon zwei, zwei Transferfenster am Stück, eine Ausstiegsklausel drin, und ist nie gegangen, ne, ist im Sommer geblieben, ist im Winter gegangen, äh, im Winter geblieben, ähm, und auch da ist immer das Thema, natürlich auch bei den meisten, dann erst, wenn es soweit ist, äh, vielleicht ein bisschen näher berichtet wird, wozu es bei den meisten noch nicht wirklich eine enge, nähere Berichte gibt, aber Gerasi war ja beide, in beiden Fällen, keine Ahnung, wie es für den Sommer sein wird, aber im letzten Sommer, ab der Hälfte, war Ausstiegsklausel weg, diesen, äh, Winter war ab Mitte Januar, ab der Hälfte vom Transferfenster, Ausstiegsklausel raus, das heißt auch da, einfach ein bisschen abwarten, ihn einfach lange da halten, hättest du ja immer noch, dann kannst du wieder frei verhandeln, ne, diese Ausstiegsklausel Gerasi, 17,5 Millionen, galt wohl bis Mitte Januar, und danach war noch, die weitere Hälfte des Januars, und eben auch die weitere Hälfte des, äh, Transferfensters offen, hätte da, wäre da ein Klub gekommen, hätten wir eben diese 40 Millionen, und so weiter ansetzen können, ne, es kann genauso sein, dass auch bei einem Mio, die Ausstiegsklausel, da soll es ja scheinbar eh nur, erst ab Winter gelten, auch da kann es sein, dass die Ausstiegsklausel gilt, 1. Januar, bis 15. Januar, und danach könnten wir wieder frei verhandeln, ne, das sind alles nochmal auch, so wilde und verschiedene Klauseln, in den Ausstiegsklauseln drin, dass du auch da, jeden individuell bewerten musst, aber so als, insgesamt das Ding würde ich sagen, muss man so hinnehmen, ist halt normal, aktuell, macht für die Spiele auch einfach nur Sinn, auch beim Gerasi, wirst du nie im Leben irgendwie eine Ausstiegsklausel rauskaufen können, oder mit irgendeiner Verlängerung rausholen können, die Position ist einfach zu gut für die Spieler dann, die du dann auch eben dann zugestehen musst, um sie eben zu verlängern, weil sonst verlierst du es ja irgendwann Untermarktwert, wenn die Verträge dann eben in einem Jahr, in anderthalb, in einem halben Jahr schon auslaufen, deswegen sehe ich es nicht so eng, nicht so schlimm wie manche, die meisten Ausstiegsklauseln gehen für mich völlig in Ordnung, Mio und Führig sind auch so ein bisschen ein Thema, wie genau es da aussieht, aber sonst, Ausstiegsklauseln jetzt für mich kein tiefer, schlimmeres Thema, mit dem wir uns irgendwie selber ein Bein stellen, sehe ich überhaupt nicht so, vor allem eben, weil du bei den meisten ja auch so einen brachialen Profit machst im Vergleich zu dem, was du sie gekauft hast. Dann kommen wir noch zum kurzen Transfer, fahrt ich so ein bisschen, auch aufgebaut darauf, auf Wohlgemut, Beförderung zum Vorstand, Wohlgemut macht Boden gut, wurde berichtet vom Kicker, könnte vielleicht älter sein, dass der Mann den Sportvorstand Posten bekommt, dann natürlich die Frage, ob du dann eben einen neuen Sportdirektor suchst, aber wäre auch irgendwo logisch und würde auch schon oft so angeteasert, würde jetzt zumindest mal keinen wundern, wenn Wohlgemut quasi das Upgrade bekommt und jetzt sind wir eben durch mit Transfers, offiziell und so weiter und so fort, Winter ist durch, am Ende des Tages ist ja wirklich ein Neuzugang mit Mahmoud Dahoud und eben zwei Abgänge, nämlich Klimovic, 750.000 da nach Mexiko, Casanaras hast du verliehen, sonst ist ja wirklich auch nichts passiert, plus, also auf Transferseite, das Große, was passiert ist, ist ja klar, also die ganzen Verlängerungen, ich weiß gar nicht mehr, wann genau war Bredlo, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit rein, Bredlo, Stenzel, Führig, Mio, Anton, das kannst du schon auch als Transfers werten, also das Winter-Transferfenster in dem Sinne war auf jeden Fall sehr produktiv und sehr, sehr gut, hast eben gleichzeitig auch das, ist ja auch ein sehr großes Plus vom Transferfenster, eben kein abgegeben, kein Shooting-Star jetzt irgendwie schon frühzeitig abgeben müssen oder sowas in die Richtung, deswegen kann man glaube ich sehr zufrieden sein damit, hast eben den Posten da im Mittelfeld gesehen und auch gemacht, das Thema Dahoud für die Kaderbreite, klar, Zagadou hätte es vielleicht noch in den Verteiler geholen können oder sowas, aber auch da verstehe ich, warum man es nicht getan hat, eben auch aufgrund der Kürze und so weiter, deswegen kannst du auch mehr oder minder in die Abgänge fassen, natürlich macht das hier keiner, ist ja klar, aber in die Abgänge fassen, offiziell einen Zagadou mit reinschreiben, aber was ich auch sehe, Thema Transfer, das Thema Verlängerung und so weiter, die nächste, die man gerne mal angehen dürfte, ist Hoeneß, der hat auch nur einen Vertrag bis 2025, auch den dürfen wir gerne mal verlängern, mal gucken, ob es da irgendwann mal die ersten Anstöße gibt, wahrscheinlich nicht so früh, wahrscheinlich eher in Richtung Saisonende, wie die Saison verläuft oder am Ende der Saisonland ist und so weiter und so fort, aber wahrscheinlich in die Richtung, das aus Sicht von Hoeneß, glaube ich mal, ich glaube der VfB würde das sofort mit dem verlängern, würde ich mal sehr davon ausgehen, aber auch da ist natürlich das nächste supergeile Zeichen, wenn man Hoeneß verlängern könnte, mal gucken, ob da noch irgendwas passiert, ja schon vor Saison, in die Richtung Saison und über die Saison hinaus, dann können wir kurz in den Kader reingucken, Torwart Nübel, Bredlo, Simon Schock steht, in Verteidigung hast du da natürlich Ito, Anton Zagaduro, Stärčiu, dann hast du außen, Mittelstädt links, Wagnermann rechts, Schänze kann auch rechts, Schänze kann auch innen spielen, ja gut, das fehlt halt in Zagaduro, ist klar, Ito kommt auch dann wieder zurück, das Einzige, wo vielleicht in der Breite nochmal einbräuchte es so, wenn man ein bisschen Karrieremodus spielen würde, sag ich mal, wäre Linksverteidiger, also offiziell Linksverteidiger, nicht linker Innenverteidiger, sondern offiziell Linksverteidiger, so ein bisschen Mittelstädt-Backup-mäßig, aber Ito kann das ja auch zocken da auf links, deswegen von dem her, im schlimmsten Fall hat es auch noch ein Moussa Cissé im Kader, also jetzt nicht, weil er schlecht ist oder sowas, aber eben Bundesliga-Qualität-mäßig hättest du im weitesten Sinne auch noch ein Moussa Cissé dabei, der auch schon jetzt mal ein paar Mal im Kader war, während die ganzen Spieler für den Afrika Cup und so weiter weg sind, Stiller, Karasor, Dahoud im Mittelfeld, dazu auch noch ein Haraguchi theoretisch, Nathai hättest du da auch noch, aber der ist ja leider auch noch verletzt, dazu offensichtlich im Mittelfeld, da hast du natürlich ein Mio da stehen, du hast einen Jong da stehen, der wieder zurückkommt, dazu noch Laurin Ulrich, Eckloff, talentmäßig, du hast auch noch Massimo, der jetzt immer wieder zu Einsatzzeiten kommt, auch der könnt ihr natürlich rechts spielen, Rechtsverteidiger, Rechtsmittelfeld, Wingback, wie auch immer, dann vorne hast du Führig, du hast Leveling für die Außen, du hast einen Raimund für die Außen, mittlerweile ja auch mal ein Raupaule und so Geschichten mitgenommen für Offensiv, Allrounder mäßig, vorne drin dann Undav, Gerasi, Milosevic, da stehst du wirklich sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr ordentlich aufgestellt, der Kader und damit gehen wir in die restliche Saison. Und dann kommen wir zum Schluss natürlich zum Spiel in Freiburg, morgigen Samstag, auch da direkt mal von Stelle 1 an, weil es auch der Herr Streich so formuliert hat, es ist kein Derby. Es ist kein Derby, ich glaube, das Ding nehmen die Freiburger ein bisschen ernster als wir, weil sie eben halt nicht unbedingt so richtig was Derby-mäßiges haben, sonst das Einzige, wo bei uns wirklich was drin ist, sag ich mal, ist halt KSC. Freiburg ist auch ein bisschen mehr drin, Hoffenheim kann sie komplett vergessen, aber das Ding Derby zu nennen, ist, glaube ich, sehr vielen VfB-Fensen Dorn im Auge. Und dann nochmal auch die paar Aussagen von Hoeneß auf der Pressekonferenz zu den Bewegungen am Deadline-Day auch, war ja auch am Deadline-Day selbst die Pressekonferenz. Enttäuschung ist riesengroß, also zu Zagadou ist klar, absoluter Leistungsträger und einer der besten Innenverteigere der Bundesliga, was bei ihm noch hinzu kommt, seine Persönlichkeit, er ist einer der besten Charaktere, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Für mich ist er ein wichtiger Ansprechpartner, das ist ein harter Schlag für uns, ist ja auch ganz klar. Überführig, Verteidigungsverlängerung ist nach innen und außen ein ganz wichtiges Zeichen. Chris zeigt sehr konstant Leistung auf richtig gutem Niveau, ich freue mich riesig über sein klares Commitment zum VfB Stuttgart. Und zu Dahoud, wichtige Verpflichtung, sehr wichtige Verpflichtung, auf der Position waren wir unterbesetzt, auch wenn wir es bislang gut hinbekommen haben, bin ich froh, dass wir ihn nun für die Breite und Spitze dazugewinnen konnten. Er kann richtig gut kicken, hat sehr viel bunziger Erfahrung, kann uns sofort helfen. Wir warten, dass er mutig ist und das Spiel mit diktiert. Dann zu Freiburg, hatte Respekt vor Freiburg, auch zu Recht, ist ja klar, haben sich ja auch schon wieder auf Platz 7 vorgearbeitet und hat auch gesagt, Hoffnung ist, dass wir endlich gut ins Spiel kommen, wie zuletzt gegen RB Leipzig. Natürlich zum Afriacup auch ganz klar am liebsten die Spieler hier. Wir wissen aber auch um die Träume. Silas und Gerasil, ja, für sie sind es enorme Erfolge mit ihren Nationalmannschaften. Ich bin in Kontakt mit den Jungs und dann natürlich noch Kader-Update, was auch klar ist, Gerasil, Silas, Jürgen Ito weg. Nathai fällt weiterhin aus, aber neu ist, dass Eklov sich im Aufbautraining befindet, ich glaube auch wieder im Mannschaftstraining mal mit dabei war, also da tut sich was und natürlich auch ganz klar, Atakan Karasur steht nach Gelbsperre wieder zur Verfügung. Damit kommen wir auch schon zur Aufstellung. Frage ist halt, gegen Leipzig war es eine Dreierkette mit dann davor Wagner-Mittestädt links-rechts. Spannend wird sein, wie er es dann eben ganz genau macht. Wir hatten ja gegen Bochum noch das, was jetzt erstmal am nächsten läge mit der 4-2-3-1, weil eben einfach einen Innenverteidiger weniger aufstellen mussten. Sagadu fällt ja weg, dann bringst eben Anton und Ruho links-Mittestädt rechts Wagner-Mann. Karasur kommt auch wieder rein, sind ein bisschen ein Posten mehr. Auf der anderen Seite war es ja gegen Leipzig schon ganz geil mit einem Leveling da ein bisschen in der Spitze vorne drin, aber wenn du eben gleichzeitig auch Meo-Platz haben möchtest eigentlich, gleichzeitig auch wieder einen Karasur reinbringen kannst, dann wird es halt schwer und Dreierkette hinten aufzustellen wird auch schwierig. Du kannst ja sowas machen wie Anton, Ruho, Stenzel, Anton, Ruho, Stergiu, aber denkt man schon eher, dass es auf eine Viererkette rausläuft und dann sehr, sehr ähnlich werden dürfte zum Spiel in Bochum von der Ausstellung her und dann halt vielleicht schon einfach im Spiel halt, ne, sich so Bewegungen ergeben, dass eben Lebeling dann auch wieder ein bisschen die Rolle einnimmt, die für Unterf ein bisschen geiler war dann gegen Leipzig, bleibt aber abzuwarten. Denk mal, der Hut wird vermutlich erstmal von der Bank kommen dann, auch sehr interessant, wir wissen schon, Trikotfarben und so weiter, wegen dem Thema Rot-Grün-Schwäche ist tatsächlich wirklich ein Thema, gibt es ja wirklich auch einige mit dem, mal schwächer, mal stärker, die das haben, aber Freiburg hat berichtet von der Pressekonferenz mit Rücksicht auf die Rot-Grün-Schwäche, da der VfB in Grün spielen wird, wissen wir jetzt auch in diesem dritten Trikot, läuft der SCF, also läuft Freiburg ausnahmsweise in Weiß auf, weil sonst wahrscheinlich ein rotes Trikot und sowas, scheinbar auch mehrere Spieler von Freiburg davon betroffen, von der Rot-Grün-Schwäche und deswegen werden die Trikots so eindeutig auseinandergehalten, Grün gegen Weiß statt eben dann Grün gegen Rot und das hatten sie wohl schon mal vor ein paar Jahren bei Freiburg geschrieben unter dem Pressekonferenz-Post auf Twitter oder auf X gegen Augsburg und da wurde schon mal im gelben Ausweichtrikot gespielt, damit das eben auch da beachtet wird, die Rot-Grün-Schwäche auf jeden Fall interessant, das heißt wir zocken in Freiburg mit dem grünen Trikot, werde ich auch sehen, werde ich auch live vor Ort sehen, konnte ich auch lange Zeit quasi nicht irgendwie erzählen oder wie auch immer, mache ja meistens irgendwie eine Insta-Serie dazu oder erzähle es dann hier, dass ich auch mit vor Ort bin und so Geschichten, konnte ich aber dann lange Zeit nicht machen, lange Zeit nach dem Verkaufen, nicht weil es ein Geburtstagsgeschenk war, das heißt da konnte ich noch nichts irgendwie offiziell irgendwo bringen, irgendwie Instagram oder sowas, bevor das derjenige sieht, jetzt konnte ich es dann machen am Montag, bin in Freiburg dabei mit anderen, wie es VfB berichtet, 3400 Weiß-Roten, das heißt wahrscheinlich ganz schön, immer noch mal ein bisschen irgendwie ein, 200 Leute mehr draufpacken auf diese offiziellen Zahlen vom VfB, also irgendwo um die 3500, sage ich mal, um es nochmal ein bisschen schöner aufzurunden, werden in Freiburg dabei sein, das wird sehr, sehr geil, glaube ich, ich wie gesagt auch mit dabei in Freiburg, im Auswärtsblock, ganz klare Geschichte, Glück gehabt im Verkauf, auch da wieder reingegangen, mit massiv vielen Warteschlangen und Pipapo diesmal noch mehr Wichtigkeit drin, weil es eben ja auch noch ein Geburtstagsgeschenk jetzt wurde und dann auch mit einer Glück gehabt, wo war ich, glaube ich, 500, glaube Nummer 500 so grob und habe gerade noch so wirklich die letzten Karten bekommen, ich bin reingegangen, war eigentlich schon alles weg, noch ein, zwei Mal für Refresh, dann ging noch ein Block wieder auf, wo dann noch irgendwie, ja, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Karten drin waren, da direkt zugeschlagen, also auch da wirklich mit Warteschlange 500 grob, warst du wirklich ganz, ganz am Ende, dass du gerade noch so die letzten Karten bekommst und wieder krass in diesen Vorverkäufen, wie eng das wird und wie viel Glück du da haben musst bei diesen, bei den Sachen, aber bin in Freiburg dabei und noch da habe ich so ein bisschen für mich vielleicht das Gute Omen mit dabei, weil ich war bisher auch einmal in Freiburg, aber halt nicht im neuen Stadion, noch im alten Stadion unterm Stevens, das war sein erstes Spiel damals in der Saison, irgendwie 2014 rum war es, glaube ich, und dann haben wir 4 zu 1 gewonnen auswärts, ich glaube, Harnik hat getroffen, Doppelpack Werner, Cruese noch getroffen, auf jeden Fall gutes Omen für mich, das Einzige in Freiburg bisher, was ich gesehen habe, war ein Auswärtssieg, auf jeden Fall sehr, sehr geil, im neuen Stadion war ich noch nicht, deswegen bin ich auch da mal drauf gespannt, aber bevor ich zur Prognose und so weiter komme, hier auch wieder der Part zum Portkantstadt, mit dem Portkantstadt, die Promo dafür, richtig und wichtigerweise, da gerne reinhören, in den Portkantstadt nochmal, jetzt haben wir ein paar Infos aus dem Einspieler zu Freiburg gegen Stuttgart, gehen wir rein in das Thema, Platz 7 gegen Platz 3, 28 Punkte Freiburg, wieder 37 Punkte, Bilanz in Freiburg ist sogar recht in Ordnung ausgeglichen historisch, es gab 23 Spiele dort, 12 Mal Freiburg gewonnen, 2 Mal Remis, 9 Mal VfB gewonnen, aber halt, ist immer eklig in Freiburg, letzte 3 Spiele in Freiburg verloren, auch alles knapp in ihr lagen, aber ich glaube, alles noch im Kopf, auch irgendwelche legendären Streamclips von mir, als ich darauf reagiert habe, Livestream mäßig, auf die Spiele, da war schon echt Ekliges dabei, irgendwelche Elfmeter, dann nicht gegebener Elfmeter, Pech mit Latte und so weiter und so fort, Spielverläufe, in Freiburg haben wir echt gelitten in den letzten Jahren, davor aber, vor diesen 3 Niederlagen am Stück, gab es einen Unschieden und davor 3 Siege vom VfB im Stück, also immer so, so blockweise ein bisschen, in bisher 19 Spielen beider Clubs, also ne, 19 Bundesliga-Spiele Freiburg, 19 Bundesliga-Spiele VfB, gab es insgesamt nur 5 Unschieden, auch in der Gesamtbilanz in Freiburg aus 23 Spielen nur 2 Mal Unschieden, also können wir, glaube ich, fast ein bisschen davon ausgehen, dass wir da, dass wir da, ja, ein Ergebnis sehen, also einen Sieger vom Platz gehen, sehen Unschieden, recht unrealistisch, rein statistisch, in Freiburg, ähm, aktuelle Situation, da sehe ich sogar heimstark, gegen auswärts schwach, muss man ja leider so sagen, Freiburg ist jetzt, äh, seit 7 Heimspielen ungeschlagen zu Hause und hat insgesamt von ihren Heimspielen die Saison auch nur 1 verloren, ähm, der VfB dafür halt, ne, vier letzten 5 Auswertsspiele verloren, mit 3 Niederlagen am Stück, ähm, insgesamt haben wir da wirklich nur hoch oder runter, all or nothing, äh, in, in Auswärtsspielen, noch kein Unschieden, ja, insgesamt wir kein Unschiedenteam, gesamte Saison bisher nur einmal Unschiedengespielt ist gegen Leverkusen, das war es bisher aus 19 Spielen, aber auch auswärts 8 Spiele, 4 Siege und 4 Pleiten, ne, also da wirklich entweder all or nothing, ähm, und Expected Goals ist interessant, dass Freiburg einen Platz nach vorne rutschen würde und wir auch, aber eben, ja, mit Punkten in andere Richtungen, also Freiburg würde, wenn man die Tabelle nach Expected Points aufstellt, ähm, auf Platz 6 hochrücken, aber haben 1,54 Punkte mehr geholt, als zu erwarten war, wir hingegen würden auch auf Platz 2 vorrücken, aber weil wir 5,12 Punkte weniger geholt haben, als zu erwarten war bisher, ähm, marktwert sind zwei Plätze Unterschied, Freiburg ist ein bisschen, ähm, niedriger im Marktwert, ähm, Ex-VfBler haben wir bei Freiburg im Tor, Florian Müller und Benjamin Uphoff, zweiter, dritter Keeper, bei uns natürlich Pascal Stenzel und Wu Yong Yong, wobei Yong jetzt auch nicht zum Einsatz kommen kann in Freiburg, dazu ja auch, ne, Janne Keitel bald, auch so ein Thema, auch so ein Transfer zwischen beiden Klubs, dann für den Sommer, ähm, die Spielphasen lasse ich euch übrig für den Port Cannstatt, wer da reinhören möchte, ähm, ähm, und dann nach elf Führungen hat Freiburg nur zweimal verloren, wir nach 14 Führungen nur einmal, also beide stark nach Führung, ähm, wir ein bisschen besser nach Rückstand, haben, ähm, noch neun Punkte geholt, im Sinne von auch drei Siegen eben, die neun Punkte geholt nach neun Rückständen, und Freiburg hat fünf Punkte geholt, ebenfalls auch neun Rückstände gehabt bisher, ähm, ähm, Bundesliga-Vergleiche immer interessant, Elfmeter-Duell, das ist so ein bisschen, äh, ein Stichwort, weil wir haben die meisten erhalten, sieben Stück schon mittlerweile, Freiburg auch fünf Stück erhalten, davon haben wir ja leider nur vier verwandelt, ne, drei verschossen, ähm, Freiburg hat alle verwandelt, also haben wir hier ein Duell von fünf Elfmeter-Toren gegen vier Elfmeter-Toren, ziemlich hohe Werte in der Bundesliga, Passquote, ähm, ist ein bisschen deutlicher als in den nächsten paar Stats, Passquote, Platz 10 Freiburg, wir Platz 3, Ballbesitz Platz 9 Freiburg, wir Platz 3, ähm, insgesamt gewonnene Zweikämpfe, Freiburg Platz 16, ne, wir Platz 3, aber besser, Kopfball-Duelle, insgesamt gewonnene Kopfball-Duelle, ne, geht hier um, nicht um die Quote, sondern um die insgesamt gewonnene Zweikämpfe und Kopfball-Duelle, da ist Freiburg auf Platz 5, wir auf Platz 12, ähm, und auch da, wie ich auch schon oft letzte Woche eigentlich immer, in den letzten Wochen immer wieder hatte, in der Laufdistanz, den Sprints, intensiven Läufen, oftmals gerade Duelle, ähm, ähm, im, ja, Tabellen-Mittelfeld, nicht große Rede wert, Tabellen-Mittelfeld 11, 12, mal auch mehr bis in Richtung Tabellenkeller 13, 14, ähm, ähm, in der Tabelle von beiden Klubs, ne, Freiburg gegen Stuttgart, da, ja, ein recht unscheinbares Duell, was das angeht, was diese intensiven Stats noch angeht, ähm, und noch interessant, Torhüter, ne, da hat der Freiburg eh, was Interessantes gewagt, ähm, mit Artur Bolu, war ja, glaube ich, hier Stammkeeper U21, deutsche Nationalmannschaft, großes Talent auch, und dem haben sie jetzt eben die Nummer 1 gegeben, ähm, Florian Müller und so Geschichten dann eben hinter ihm, ähm, und Nübel, ähm, beides Topkeeper, Top-Werte in der Bundesliga bisher, in den gehaltenen Torschützen, Torschüssen insgesamt, trennen beide nur eine Parade, ich glaube, Artur Bolu hat eine Parade mehr gemacht, als Nübel auf 94 Spiele gesehen, auch da sehr, sehr eng also, ähm, heißt auch da kommt wahrscheinlich auch, sag ich mal, ähnlich viel aufs Tor bei Freiburg, wie bei uns, ne, weil man muss ja auch mal Unterschiede sehen beim Torhüter, klar, dass der Abschießkandidat, oder der Keeper vom Abschießkandidat, vielleicht mal ein bisschen mehr Torschüsse erhält, weil er eben auch mehr aufs Tor bekommt, ne, und dazu aber auch noch interessant, auch das noch ein bisschen, auch ein guter Wert, äh, für die Torhüter, ähm, Artur Bolu hat sieben Weiße Westen, sieben Mal zu Null gespielt, ist Top-Wert in der Bundesliga, und Nübel direkt mit dahinter, ähm, sechs Mal den Null gehalten ist, sechs Weiße Westen, wie gesagt, beides Top-Drei-Werte, ähm, in der Bundesliga, also Keeper auf jeden Fall auch, was Interessantes, um drauf zu schauen, sind wir durch mit Stats und so weiter, mit Statistiken und so weiter, ähm, bleibt auch so ein bisschen der Prognose-Part, ich hab's auch schon gesagt, Freiburg ist immer eklig, Freiburg auswärts ist immer eklig, ähm, da fährst du auch mit so einer, ja, mit so einer gewissen Grundhaltung hin, sag ich mal, ne, Thema Schiedsrichter, Thema Entscheidungen, ne, vorhin angesprochen, das letzte Mal haben wir ja verloren, durch zwei Elfmeter, beide Male Zagadou, ich glaub, einer davon war ein bisschen strittig, der andere war schon in Ordnung, dann noch eins im Corona-Jahr, da hab ich diesen, diesen, diesen Clip noch vor mir, aus dem, aus dem Stream, wo ich auch ausgetickt bin, weil es ja auch generell eine scheiß Phase war, vom VfB, da wieder Abschiedskampf und alles, ähm, Geisterspiel in Freiburg, glaub auch wieder 2-0 oder so verloren, 2-1 verloren, irgendwie die, in die Richtung, bekommen wir einen Elfmeter, Anti-BD, ein Foul-Anti-BD, und dann nimmt er es zurück, wir kriegen das Foul doch nicht, obwohl es eigentlich keine Grundlage gab, es war keine klare Fehlentscheidung, es war eigentlich wirklich komplett wild, glaub auch danach gab es, Missentat dann im, im Doppelpass und so Geschichten, und quasi Kontrastreich und sowas, war auch recht, recht große Szene dann gewesen, an dem Spieltag, ähm, und dann direkt im Gegenzug, also nachdem der Elfmeter, wo er gegeben wurde, dann als VAR, trotz keiner klaren Fehlentscheidung, wieder zurückgenommen wurde, direkt im Gegenzug, vielglaubstor für Freiburg auch, das war auch so eine Phase, da lief ja wirklich alles gegen dich, auch Spielphasen mäßig, komplett für den Arsch gewesen, war auch logisch, dass du direkt auf so eine Szene folgend, direkt den nächsten Angriff Freiburg machen, dieses Tor, damit du einfach nochmal komplett, komplett voll einen drauf bekommst, das war wirklich eine ekelhafte Phase damals, deswegen nach Freiburg fährst du immer, ein bisschen eklig, ähm, generell, wir hatten jetzt 5-0 im Hinspiel, das war aber ein kompletter Ausreißer, ne, also in der Bilanz gesehen, auch zu Hause gegen Freiburg, mal 2-3 verloren, oder zweimal 2-3 verloren, immer wieder eng verloren, Freiburg ist ein Gegner, das ist eklig, gegen die zockst du nicht gerne, körperlich, den musst du trotzen, was wir aber auch schon gezeigt haben, selber haben wir gesagt, boah, zu Union Berlin fährst nicht gerne, und so weiter und so fort, und auch sowas haben wir geschafft, boah, nach Köln fährst nicht gerne, auch das haben wir geschafft, ne, das müssen wir halt überstehen, und damit umgehen können, ähm, Standards auch ein Thema, so frei wie dieser Szeschko, da stand beim, beim Tor für Leipzig, darf halt nicht passieren, haben da mit Grifo eine Dinger gut reinschlagen kann, darauf musst du, musst du aufpassen, und sonst ist halt Freiburg eklig, und eben auch da, nichts, was du irgendwie statistisch festhalten kannst, aber einfach bauchgefühlmäßig, ist Freiburg immer brutal ekelhaft, Thema Schiri-Entscheidungen, Thema Spielverläufe, die so, vom Gefühl her so sau oft, auf Freiburger Seite waren, ich glaube auch Freiburg hat auch, in ein, zwei Spielen, auch die Spieler nach dem Spiel gesagt, dass sie sehr viel Glück haben, das Spiel zu gewinnen gegen uns, ähm, auch auswärts immer wieder, also da lief bisher echt einiges für Freiburg, in den direkten Duellen, in den letzten Jahren, in den letzten Saisons, vielleicht kam jetzt der Wendepunkt, mit dem 5-0-Hinspiel, wir, 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 wir wollen es mal hoffen, ähm, bin auch weiterhin guter Dinge, ich glaube in Freiburg, musst du auch mit dem Unschieden leben, absolut, Niederlage wäre echt sehr, sehr schade, eben auch gerade nach so einem Spiel, ähm, gerade nach so einem Spiel wie gegen Leipzig, wäre es einfach unnötig, da jetzt zu verlieren, mit dem Unschied in Freiburg, könntest du absolut leben, bin ich voll der Meinung, ähm, Freiburg wird auch auf Revanche aus sein, ne, 5-0 im Hinspiel, jetzt haben wir es auch noch in Bremen verloren, die werden auch schon mit ein bisschen Galle kommen, ein bisschen Gallig kommen gegen uns, aber ich bin guter Dinge, ich hoffe darauf, kein 1-4, äh, wie damals unter Stephens, aber ich hoffe auf einen 1-2-Auswärtssieg, von mir aus, mit einem Konter, ein 1-3, aber irgendwo in die Richtung, knappes Spiel, dass wir aber für uns entscheiden können, ein 1-2-Auswärtssieg, ähm, und damit gehen wir noch zum letzten Punkt hier, in der wieder mal langen Podcast-Folge, nämlich die Tipps, ganz klare Geschichte, und da habe ich ja immer jedes Mal so gesagt, nehmt meine Tipps nicht, ich labere hier nur Scheiße, ne, vorletzten Spieltag, 0 Punkte gemacht, jetzt kann ich es ja nicht mal umdrehen, das ganze Ding, letzten Spieltag, 24 Punkte gemacht, Junge, unglaublich, gerade auch diese Serie, wo ich gesagt habe, boah, tippe ich da jetzt wirklich 3-mal auf 1-1, 2 davon waren richtig, wenn ich es richtig im Kopf hatte, ähm, also Bockstarker, Bockstarker Spieltag, der letzte von mir, glaube ich auch der Beste in unserer, hier gemeinsam Community, äh, ja, Kick-Tipp-Runde, ähm, deswegen, auch da natürlich, auch Spaß, also ich brauche es ja auch wieder keinen Tipp übernehmen, ist ganz klar, aber letztens wieder gelieft es auf jeden Fall endlich mal richtig gut, also darf ich auch darüber mal berichten, Heidenheim Dortmund, 1-3 für Dortmund, wird glaube ich trotzdem eklig, weil Heidenheim zu Hause echt, echt gut dabei ist, ähm, aber trotzdem 1-3 für den BVB, das schmuddeln die sich schon irgendwie wieder hin, ähm, Bayern-Gladbach, auch das interessant, weil Gladbach so ein bisschen Angstgegner für die Bayern ist immer wieder, aber das zumindest glaube ich vor allem in Gladbach, deswegen 3-1 Bayern-Sieg, Freiburg-VfB gerade schon getippt, 1-2, Mainz-Bremen ist schwierig, ähm, da habe ich irgendwie scheinbar echt einiges übrig für Mainz, ähm, tippe ich auf ein 1-1, weil bei Bremen läuft es gerade richtig, richtig gut, ne, Bayern-Sieg, Freiburg-Sieg, ähm, jetzt ein paar Transfers und sowas, die sind ja gerade echt ein bisschen, äh, in einem Hoch, äh, die Bremer, ähm, deswegen wäre auch da ein Austausch-Sieg, alles andere als unrealistisch, aber ich tippe irgendwie auf ein 1-1 für Mainz, äh, 1-1 für Mainz, ein 1-1-Unentschieden, ähm, Bochum, auch das 1-1 gegen Augsburg, kann auch sehr gut sein, dass Augsburg, äh, da verliert, und weil Bochum einfach auch sehr, sehr heimstark ist, aber irgendwie glaube ich, dass Augsburg eklig genug ist, auch wieder, ne, fast eklig genug gewesen, um, ähm, ja, den Bayern einen Punkt abzuzwingen, um Leverkusen einen Punkt abzuzwingen, die sind schon eklig zu spielen, ich glaube, Augsburg kriegt das dahin, einen Punkt mitzunehmen, 1-1, Darmstadt-Leverkusen, das ist normalerweise eine sehr, sehr klare Nummer, 0-3 für Leverkusen, Köln-Frankfurt, auch das habe ich ja viel für Köln übrig, im Sinne von, dass ich schade finde, dass sie absteigen, so als großer Klub, äh, Traditionsklub, Fans und so weiter, ähm, auch da wäre ich fast wieder auf ein 1-1 gegangen, aber irgendwie, auch mit den neuen Transfers und so Geschichten, glaube ich irgendwie an Frankfurt tatsächlich, 2-1-Auswärtssieg für Frankfurt in Köln, plus eben auch das nächste Ding, ich habe ja auch oft genug gesagt, dass ich da Köln was wünsche und da mal Überraschungstipp auf ein 1-1 für Köln gegen Dortmund und sowas, es ist nie passiert, so, oder hier mal auf ein Köln-Sieg, da muss er endlich mal kommen, es ist nie passiert, deswegen auch da vielleicht ein bisschen, ähm, weg mal von der Fährte, immer Köln irgendwie was zusprechen zu wollen, 2-1 Frankfurt, wie gesagt, Wolfsburg-Hoffenheim, das uninteressanteste Spiel des Spieltags, auch, glaube ich, Einschaltquote mäßig, Zuschauer im Stadion mäßig, wird das ein sehr, sehr niedriges Ding auf jeden Fall, ähm, deswegen auch da einfach ein unbedeutendes 1-1, was, glaube ich, auch für Kovac irgendwann sehr, sehr wenig wäre mit dem Kader und so weiter, gucken, ob da irgendwas mal passiert, ähm, ob das schon eine Art, ähm, ja, eine Art Endspiel ist gegen Hoffenheim, keine Ahnung, 1-1, und Leipzig zum Schluss noch, sind ja recht heimstark, auch wenn sie jetzt gerade eine schlechtere Phase haben, ähm, ähm, aber Union, das mal gewonnen, klar, jetzt wichtiges Duell gewonnen im Abstiegskampf, aber ist auch nicht wirklich geil gefestigt oder besser geworden, Union, deswegen, 2-0 Heimsieg für RB Leipzig gegen Union, und damit sind wir durch, von dieser ultralangen Folge, ähm, wie immer gerne, habt ihr hoffentlich eh schon getan, aber sonst hier gerne nochmal, äh, ja, jegliche Meinungen zu allem, was er viel war, aber zu allem, was ich hier angesprochen habe, gerne in die Kommentare runter, ähm, muss hier sagen, man geht aber so ein bisschen aus der Aufnahme raus, mit so einem gewissen Bauchgefühl, so immer raus, boah, die war echt geil, da lief es echt flüssig, die Aufnahme echt gut und sowas, ähm, hier muss ich jetzt sagen, ey, das war ein, eine Stopperei immer wieder, ich hoffe, ihr habt es nicht zu sehr gemerkt, hier im Schnitt oder sowas, aber oft wieder neu angesetzt und sowas, irgendwie, nicht so die Tagesform gehabt heute, für so eine 2 Stunden, oder fast 2 Stunden Podcastaufnahme, muss ich sagen, aber wie gesagt, ich hoffe, ihr habt es nicht großartig gemerkt, ähm, deswegen da, äh, nur trotzdem das nochmal, weil mich das auch selber so ein bisschen nervt, aber heute war es halt, äh, in gewisser Weise so, wie immer auch gerne kostenlos Abo und Like da lassen, das ist auch eine ganz klare Geschichte, danke fürs Zuschauen, hier immer viel mehr fürs Zuhören, morgen geht es dann nach Freiburg, ich habe brutal Bock drauf, natürlich auch in dem Sinne wieder, ähm, Stadionvlog und so Geschichten, dann da am Start, rund ums Freiburg-Spiel, ähm, und bis zum nächsten Mal. Musik Musik